Herzlich Willkommen zur Live-Sendung. Wir haben heute zwei Schreiben mitbekommen. Die habe ich heute Vormittag bekommen. Sehr interessante Auskommen vom Bundesdatenschutzbeauftragten. Ich roll mal hoch hier. Bundesbeauftragte für Datenschutz-Informationssicherheit. Bearbeitet von Sven Hermerschmidt. Also hier offiziell das Schreiben von Bonn. Und da schreiben die Leiter, kann ich in der geschilderten Angelegenheit nicht tätig werden. Meine Zuständigkeit beschreibt sich nämlich abgesehen von Ausnahmen bei Unternehmen, die Telekommunikations- und Postdienstleistungen erbringen oder unter das Sicherheitsüberprüfungsgesetz fallen auf die Datenkontrolle bei öffentlichen Stellen des Bundes. Und das stimmt so nicht, weil der Bundesdatenschutzbeauftragte sehr wohl Aufsicht darüber hat, was über uns gespeichert ist und ob das in einer ordnungsgemäßen und sicheren Art und Weise passiert. Und ob auch da unsere Zustimmung gibt. So, und da gehört natürlich auch die Sache dazu mit dem elektronischen PET. Und der Herr, der war natürlich dort und hatte sich geweigert, auf dem elektronischen PET zu unterschreiben, weil ja der Bund regelmäßig Kopien von dieser Unterschrift macht und hinter dem Rücken von uns irgendwelche Schreiben aushörtlich. Und die damit, vom Amt fielte sich auch gleich ertappt, wurde lief rot an, sodass das Problem eigentlich schon bekannt ist. So, das heißt, wer also immer noch auf dem elektronischen PET unterschreibt, weiß also, dass seine Unterschrift gestohlen wird. So, aber das ist noch nicht alles der Geschichte. Also das Schreiben verweist jetzt auf den Landesdatenschutzbeauftragten. So, und jetzt wird es natürlich lustig. Was ist denn hier Land? Zunächst gibt es mal zwei Formen von Land. Das Land, was in der HLKO benannt ist, weil nämlich, das ist das Land noch als Völkerrechtsobjekt, beziehungsweise auch als Staat. Das sind die Bundesstaaten. Also wenn dort von Land geredet wird, dann ist das immer das angegriffene Land und in dem Sinne das Bundesland, das kaiserliche Bundesland, also Königreich Sachsen, Königreich Bayern, was auch immer. So, das sind die, die in der HLKO zum Zug kommen. Und das hat nichts damit zu tun mit dem Bundesländer oder was sie hier als Land oder als Land auch bezeichnen. Das sind alles Parteikonstrukte, das sind die Täuschungen. So, und diese Untergliederungen unterstehen natürlich in dem Bund, weil sie ja Teile des Bundes sind. In der Landesverfassung ist ganz klar geregelt, dass das Bundesrecht das Landesrecht des Bundes bricht. Man muss es ja so rum sagen, weil das Land, die Freistaaten sind dem Bund untergliedert. So, während ein normales kaiserliches Bundesstaat, das ist souverän. Und dieser Bund, den es unter den Kaisern gab, der hat dort nicht reinregiert. Der König von Preußen war der König von Preußen. Und wenn der gesagt hat, ich mach das so, dann war das so. So, und uns verklappsen sie hier und erzählen auch den Schülern in der Schule, dass das eben nicht so wäre. Eine Partei existiert aber im Land. Und auch Verbünde von Parteien existieren im Land, nicht über dem Land und auch nicht mal über der Gemeinde. Auch ein Bürgermeister steht über den Parteien. Dass unser Bürgermeister Parteisoldaten sind, ist eine ganz andere Geschichte. Das ist eben diese üble Parteidektatur, die wir haben. Aber das hat erstmal nichts damit zu tun, wie das sich hier wirklich verhält. So, zweite Geschichte. Jetzt kommt die Antwort. Jetzt wird es richtig, richtig gruselig. Also das System gibt sich ja nicht mehr Mühe, ordentlich zu lügen, sondern die tun die Leute einfach nur für dumm verkaufen. Hier, damit ihr seht, schon immer, das ist kein, weder das Logo vom Freistaat noch von irgendwas anderes, ist ein Gewerbelogo. Also hier wissen wir, dass wir in einer Firma gelandet sind. Dass sie hier mit Times-Schrift arbeiten, ist ja schon mal interessant, weil der alte Adolf und die Rest nach Folge der Weimer Blick nämlich Areal hatten. Das haben sie inzwischen nämlich geändert. So, jetzt wird es noch gruseliger. So, benannt und adressiert ist ein Herr. Ja, ist auch der, der geschrieben wurde und immer dann, wenn sie keine Fragen machen, dann nehmen sie hier Frau und setzen hier ein beliebiges Wort ein, was überhaupt nichts mit der Person zu tun hat. Und damit zieht sich derjenige aus der Verantwortung, wie es scheint, weil das, was er hier schreibt, einfach nur falsch ist. Hier steht drin, der sächsische Datenschutzbeauftragte hat bis auf oben genanntes Schreiben keine zu ihrer Sorge genannten Personen gespeicherten Taten. Das ist eine Lüge, weil der Landesdatenschutzbeauftragte, wie der Meinung des Bundes ist, dafür verantwortlich ist und nachzukommen hat und auch der Aufsichtspflicht nachzukommen hat und auch der Auskunftspflicht. Also, dass du als Betroffener einen vollständigen Auskunft über deine gespeicherten Daten und natürlich auch über die elektronischen Unterschriften. Und du kannst natürlich auch verlangen, dass sie gelöscht werden, nur wenn sie natürlich behaupten, es gibt es nicht, hast du natürlich schlechte Karten. So, und das ist nämlich der Betrug. Mit diesen Unterschriften nehmen die auf unsere Person Kredite auf. So, die dann irgendwann mal fällig gestellt werden. Und da sagen die, naja, wer weiß, wie das zustande kommt, sie müssen das aber jetzt bezahlen. So, und das ist auch keine Unterschrift. Wie ihr seht hier, das ist ein Krogel, da hat also der Herr Krogel unterschrieben. So, und lauter solches Zeug. So, Fingerabdruck des Schlüssels und so weiter. Ja, interessiert uns alles nicht. Ist ein elektronisch signiertes Dokument, aber im Zweifelsfall ist das alles nicht mal das Papier wert. So, also wir werden von früh bis abend verklappst und das System gibt sich nicht mal Mühe, ordnungsgemäße Auskünfte zu erbringen. Ja, also, also, ja, es wird einfach nur gelogen und schon alleine die Lügerei, wie uns hier die sogenannten Behörden anliegen, das ist eigentlich schon eine absolute Frechheit. Nach dem Grundgesetz geht alle Macht vom Volk aus und wenn das Volk sagt, ihr habt hinter unserem Rücken Unterschriften gefälscht oder Abtreten unserer Staatsangehörigkeiten. Und wir können das beweisen, weil die Staatsangehörigkeiten, die wir ausgehändigt kriegen, sind es die falsche. Das haben wir ja inzwischen rausgekriegt. Und momentan ist das wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen, ähm, Gegagger und Chaos kann man sich nicht anders vorstellen. Und ich war jetzt, äh, vor kurzem, äh, war das gleich Hassfurt. Erinnern wir mal an Hassfurt, im Landratsamt, Zeit, also in der Gegenzeit, ne, das ist so zwischen Bamberg und was ist da noch in der Nähe, Coburg, dort liegt Hassfurt. Ähm, die haben ein schönes Landratsamt, das hat unten die Fahrscheinbehörde, zwei, oben sind die Meldeangelegenheiten. Und ganz oben wird es ganz spannend. Auf dem Gang, wenn man da rechtshinter geht, ist links und rechts ein Grenzpfeil. Und da ist mit Blau-Weiß, äh, markiert, also eine ganz normale Grenzsäule. Und auf der Grenzsäule ist das königlich-kaiserliche Logo drauf. Das heißt, wenn man dort drüber spricht, ist, ist man sozusagen im Bundesstaat des Königreichs Bayern. Und nun fragt, nun ratet mal, wer hinter dieser, hinter diesem Grenzfall in der Tür sitzt. Das ist der Landrat. So, also der Landrat hat anscheinend sich die hoheitlichen Rechte, äh, des, ähm, ja, Notstandsladers von Königreichs Bayern unter Ordnung Hassfurt gesichert. Anders ist es nicht zu erklären, weil ein Parteikonstrukt darf also dieses Ding schon mal nicht führen, weil, weil, wenn wir ihm keine Siegelrechte gegeben haben. So, und jetzt kommt natürlich ständig die Frage, naja, was ist denn jetzt los, warum wollt ihr denn nicht unbedingt mit den Siegelrechten? Na, die Sache ist ganz einfach. Ein staatliches Dokument wird es dann, wenn es ein staatliches Logo trägt, wenn es ein staatliches Siegel trägt und wenn der, der auch noch geschrieben hat, berechtigt war, das zu machen. So, dann reicht ein normales A4-Blatt, wo sie deine Staatsangehörigkeit bestätigen. Und das kann und muss jeder Landrat machen. So, dass unsere Landräte kinderischen Landräte sind und dass die Länder kinderischen Länder sind und dass überhaupt alles in dem Land vorne und hinten nicht stimmt, das ist eben die Staatssimulation und der Betrug, der ja jeden Tag am Volk gemacht wird. Und, aber solange wir die Leute nicht aufwecken und endlich mal sich informieren und an die Quellen, die schon im Internet überall genannt sind, auch mal nachgehen und das mal nachprüfen und feststellen, jawohl, das ist, die Gesetze sind so und das, was sie uns erzählen, das stimmt vorne und hinten, ne? Ja, das ist eben die interessante Geschichte und da muss man eben beharrlich sein und immer wieder nachgehen und da graben. Und da ist man auch nicht in einer halben Woche durch, sondern da hat man schon eh zwei Jahre zu tun, um das wirklich zu verstehen. Ein guter Einstieg ist das Buch von Dr. Klaus Maurer, die BRD GmbH. Mit passendem Logo vorne drauf, so ein Geier, der da eine Pistole hält. Und genau das ist es, ne? Also das ist, das ist diese Staatssimulation, die nur dazu da ist, hier Geld abzugreifen und die Werte, die wir uns erarbeiten, ins Ausland zu schaffen, beziehungsweise uns nachher Bereicherer ins Land zu holen, die das Land destabilisieren. Und nächstes Jahr sollen eine Million hier einfliegen. So, ja, sie haben vor, das Medinat Weimar zu gründen und die müssen die kritische Schwelle einer bedeutenden Minderheit erreichen. So, ähm, da könnt ihr euch vorstellen, was dann passiert, wenn die dort in Weimar eine wirkliche Staatsgründung durchziehen. Ähm, ja, das wäre dann, ähm, ja, der Aufruf zum Volksaufstand, weil wenn wir uns das bieten lassen und uns hier von den Leuten aus dem Land verjagen lassen, dann sind wir selber schuld. Also, das, ähm, wird noch ein hauses Frühjahr, würde ich mal sagen. Interessant ist, äh, das, was der Mr. Dax, ähm, war es gestern oder heute in seinen Cash, äh, wie sagt er immer, Cash, äh, Cash-Kurs-Videos gesagt hat, dass wohl hausendern im Bundestag der Ersatz der Frau Merkel, ähm, auf der Tagesordnung steht, aber wir ihr einen, äh, angenehmen Abgang bescheren möchten. Also, so ein gesichtswahrend Abgang. Aber anscheinend fällt auch, käme irgendein Grund ein, ähm, was man gut ist, oder war Merkel sagen könnte, weil sonst hätten sie schon lange gemacht. Ja, und wahrscheinlich, ähm, ja, nicht das Telefon ist noch nicht an. Geht mal weiter. So, und jetzt fragen mich viele, na, warum geht's denn hier nicht los und was machen wir denn? Und machen wir eine ganz einfache Geschichte. Wir brauchen einfach in jedem Bundesstaat eine Wahlkommission. So, in Baden-Württemberg haben sie die schon. Sind es 28 Leute, mein letzter Kenntnisstand, ich weiß nicht, ob es inzwischen neuere Entwicklungen gibt. Äh, die müssen aus diesen 28 Leuten noch die 2x5 Leute für das Schiedsgericht rausholen, Vorsitzender, Beisitzer, äh, Vorsitzender, Ascherssteuvertreter, Zweiter, Steuvertreter, Zweiter, Zweigbeisitzer. Und dann in erster und in zweiter Instanz, so. Die müssen sozusagen auf den Zettel drauf, der dann jedem Bewohner von dem Wahlgebiet zugestellt werden muss. Dann müssen die ganzen Grundreiche drauf sein, wer welche Funktion hat. Und dann muss dort ein Referendum über die Siegelrechte gemacht werden. Also wer darf in diesem Siegelgebiet das staatliche Siegel benutzen? So, und das sind in der Regel dann diese, die in der Wahlkommission drin sind. Und was die dort mit dem Ding siegeln und unterschreiben, ist dann staatlich. Kann ein normales A4 sein, kann sogar formlos sein. Entscheidend ist, dass das Siegel dort drauf ist und dass die die Siegelrechte besitzen. So, und alles andere interessiert dann. Und was dann der Landrat und der Landdorf beschließt, muss uns alles interessieren. Ähm, die Wahlkommission ist entscheidend. Die bereiten dann die Unterlagen für das Referendum vor. Die dürfen dann auch, äh, bei Delarue oder wo auch immer Pässe bestellen. Ähm, ist ja heutzutage auch kein Problem, sowas sich fertigen zu lassen. Und können das dann organisieren, dass die ordentlich gesiegelt sind. So, und dann wären wir eigentlich dort in der Bundesstaatenangehörigkeit. Weil die Wahlkommission darf das prüfen, wer die Erfordernisse für die Bundesstaatenangehörigkeit erfüllt. Und dann funktioniert das. Ähm, eine kalte Gründung, also so Gemeinde Neuhaus und was sonst noch so rumschwebt, funktioniert alles nicht, weil das sind alles Vereine. Die landen früher oder später im Vereinsrecht. Und deswegen tauchen sie auch dort dann im Übig auf. Die ganze Gründungen, die da so die, äh, die Gemeinde Neuhaus und die Pappenhausen, die da dort mit beteiligt sind, machen, das ist alles Betrug. So, im Prinzip ist es Hochverrat, weil sie Gemeinden aus Notstandsrecht herauslösen, eben durch diesen scheinbaren, ähm, ja, Sitzung der Verfassungsgebung, was das auch sein soll. Aber sie müssen ein Referendum machen, weil es müssen alle in dem Ort erfahren und es müssen alle auch festgestellt werden, wer ist dann im Halbwahl berechtigt und so weiter. Und es ist alles nur erfüllt. Und ohne Referendum, das hat es auch in Sachsen noch nicht gegeben, gibt es keine Aktivierung. Funktioniert nicht. Und aktivieren brauchen wir auch nichts, weil wir brauchen einfach nur einen Verweser bestellen und der muss dann den rechtmäßigen, ja, Verwaltungsgang dann einfach bestimmen. Also der Verweser bestimmt meinetwegen, wer die Repräsentationsfigur des Todes ist, also der Vertreter des Adels, na, da hat er ja auch repräsentative Aufgaben. So, der weist dann dort sein Grundstück zu, wo der dort adeln darf und dann hat sich der Fall, ja. Und alles andere, muss sowieso ein Parlament machen, war damals auch schon so, ne. Dass er dort einen Rat gegeben hat, der die Gesetze beraten und beschlossen hat und dann wurde das vorgelegt und abgestimmt. So, und so muss es wieder werden. Und diese ganzen Parteien, das brauchen wir alles, ne. So, und dann kann natürlich der gewählte Verweser, der muss nicht im Land sitzen, sollte vielleicht auch nicht im Land sitzen, gerade in der Übergangszeit, sollte er in ein sicheres Drittland reisen und von dort also die Schutztruppe bestellen. Also da müsste dann erst einmal eine Schutztruppe bestellt werden, könnte man bei den Russen machen oder irgendeine andere Truppe anfordern, mit der man diplomatische Beziehungen hat. Und dann müsste das Land auch schnell militärisch gesichert werden. Weil sonst nämlich die Helden der Nacht um die Ecke kommen und die Leute terrorisieren. Und die Schutztruppe hätte auch die Aufgabe, die nicht in das Gebiet gehörenden, ja, sagen wir mal, Landplägen zu beseitigen. Und das wäre dann eine Aufgabe des Militärs. So, und dann, wenn das gesichert ist, kann der Verweser dann dort wieder hinfahren und dann dort entsprechende Gesetze ausfertigen. Und dann hätten wir den Frieden durch Verkündung. Der Verweser kann den Frieden erklären und dann geht es ordnungsgemäß los. Und alles andere, was er da hier gemacht hat, ist alles Fusch oder Vereinsmeierei. Das hat nichts mit einer Stolzgründung zu tun. Wir brauchen auch keinen Stolzgründen, weil der Stolz, den gibt es schon. So, was mir neu war in den letzten vier Wochen, war die Erkenntnis, dass es wohl der Kaiser in dem Sinne keine Kaiser selbst nur eine Vertretungsfunktion gehabt hat. Und zwar für den König von Preußen. Und zwar hängt das damals mit der Kaiserkrönung in Versailles zusammen. Wie gesagt, ich kriege auch immer neue Sachen raus. Und es gibt auch einen rechtmäßigen Thronfolger der königlichen Linie, die also in Preußen dort auch die Rechte einfordern können. Und die Bundesrepublik kann sich dann dort vom Acker machen. So, ich habe ihm dann gesagt, duck dich erstmal ab und verhalte dich ruhig, bis wir das Referendum durch haben. Weil sonst machen sie Rambazamba. Und ihr kennt das ja, wie das ist, dass sie dann dort einfliegen und irgendwelche nicht unterschriebenen Schreiben in der Ecke kommen, sich irgendwelche Visitenkarten ausstellen oder mit abgelaufenen Dienstausweisen aufschlagen. Sehr beliebt. So, gut. Das ist erstmal die neue Sache. Wir hatten am Wochenende ein Trainingsseminar in Oberkatzau. Es sah gut gelaufen. War ein bisschen kleiner gehalten, als ursprünglich vorbereitet war. Wir waren auf 60 eingerichtet. Am Ende waren es sechst oder so. Ist okay. Hat für alle gereicht. Das Essen war gut. Und der Rest wird dann beim nächsten Mal verfrühstückt. So, alle die dabei waren, haben alle positive Bilanz gehabt. Einige haben dann auch gleich in der Folge, in der Folge zwei Tagen noch diese, ja, das Lot gehandelt. Also, das sind dann 100.000 Euro. Ganz ordentlich. Und, ja, für alle sicherlich lehrreich. Wir haben einige Rettungsstrategien besprochen. Also, wie man schiefgegangene Positionen gerade zieht. Wir haben auch erlebt, wie es einen großen Währungsrutsch gab, den wir dann am Sonntag dann mal live ausbalanciert haben. Das war dann schon eine Herausforderung, auch für mich. Aber, ging gut. Es waren 3.000 Euro in Schieflager. Die haben wir gerade gezogen. Das war natürlich eine Herausforderung. Also, man müsste sozusagen durch den Währungsrutsch waren es 3.000 Euro Demogeld. Und, die haben wir dann am Sonntag früh, waren die dann wieder gerade gezogen. Aber, passiert, na. Und, da muss man eben dann wissen, was man machen muss. Und, das war also mit Thema dort. Weil, es hat ja viele Leute gegeben, die sie beruflich weggefackelt haben. Und, die auch nicht so schnell wieder auf die Beine kommen, weil sie wollten sich was ansammeln, denen das wieder weggenommen wird. Und, die ernsthaft über Aussiedlungen und irgendwas anderes nachdenken. Aber, sie müssen ja irgendeine Einkommensquelle haben. Ja, das ist eben nicht, ja, unterkommen. In anderen Ländern gibt es keine Sozialsysteme und da müsst ihr halt andere Einnahmequellen haben. Und, das ist eine Möglichkeit davon. Man kann auch eine Landwirtschaft betreiben, aber da muss man eben dann nochmal extra was tun. Gut. Die nächste Geschichte ist eine geschlossene Veranstaltung. Irgendwann im September werden wir das nochmal wiederholen. Und, bis dahin werde ich dann auch den neuen Veranstaltungsplan aushängen. So, dann schalte ich mal das Telefon ein und dann nehme ich mal die ersten Fragen rein. So, es dauert ungefähr 10 Sekunden, bis der Anschluss dann geschaltet ist. Und, dann kann es losgehen. Wie gesagt, ich habe heute einen neuen Fernsprecher. Ich hoffe mal, dass der vom besser funktioniert. So, es ist live. Ihr könnt anrufen. Wer das Telefon geht. Wie gesagt, es ist eine Verzögerung von 30 Sekunden, die hier wirkt. Was ich jetzt nicht höre, ist eine Uhr. Was sagen wir, dass wir das irgendwie hinkriegen? Meine E-Mail-Glock vermisse ich. Die habe ich sonst immer hier oben. Geht. Ja, hallo. Kaiserrundfunk. Komm, komm. Live-Sendung. Hallo. Ja, hallo. Hier ist Dirk. Gut. Ich hoffe, ihr mich versteht. Ihr versteht den Anrufer. Mal gucken. So, sag mal was, damit ich sehe, ob Aussteuung kommt. Ja, grüße, Uwe. Ja, hallo. So, was ist dein Anliegen? Ich habe jetzt gerade noch, wie du da was anderes erzählst. Ja, nee, ich habe jetzt noch eine richtige Frage. Und zwar, wenn ich jetzt den Ausweis abgebe und ich nehme den nicht ab, dann soll ich ihm dafür eine Begründung vorbringen? Na ja, der Ausweis selber, der ist ungültig, weil der nicht nach dem Gesetz ausgefertigt worden ist. Erstens mal muss dort stehen Familienname, es steht aber Name. Die Schreibweise des Namens ist aber wie eine Sache. Es gibt ja hier die römische Schreibweise, was Sklave, was eine Person ist und was auch immer. Und die Schreibweise auf dem Ausweis ist also voll ein drechterter Sklave. Auf der Rückseite des Personalausweises des alten... Ja, 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 auf der Rückseite des Personalausweises ist ein religiöses Bekenntnissymbol. Das ist auf öffentlichen... Ja gut, also müsste ich jetzt quasi das, was du da noch mit in deinem Vordruck hörst, noch mit ausdrucken, musst du doch nicht abgeben, denn... Ja, ich hatte in der Anlage das schon nochmal reingeschrieben. Ich höre gerade, dass das Telefon zu leise wäre. Ich tue mal versuchen, das ein bisschen ran zu tun. So, na gut, ich hoffe mal, das besser wird. Ja, gut, also religiöses Bekenntnis... Ja, würde ich machen, genau. Ja. So, mal sehen, ob ich hier ein bisschen, wenn ich das Mikrofon drehe, gleich ein bisschen mehr rausholen kann. Also, machen wir so. Ja, gut, ähm, was habe ich noch, ähm, ähm, vergessen? Äh, auf dem neuen Ausweis sind alte Templerkreuze drauf, äh, nur unter UV-Licht zu sehen, aber es ist ein Bekenntnissymbol, äh, religiöses Dokument. Und, äh, äh, das Grundgesetz gesteht uns ja Religionsfreiheit zu. Ja, und, äh, satanische Symbole müssen wir auf dem Ausweis nicht dulden. Und, äh, und dann kannst du das Ding mit diesen fünf Sachen, die ich auch in dem Schreiben hab, einfach zurückfliegen. Also, gibst das ab und dann hat sich der Fall. Na gut, ich hab ja nur noch den alten, ja. Und wie gesagt, das ist ja das. Wenn sie dem nicht entgegennehmen und mir das nicht quittieren, dann geh ich wieder raus und den Weg wieder handen. Das ist das okay. Ja, ich höre gerade, dass du zu leise kämpfst. Ich werde mal das Mikrofon rumdrehen, vielleicht geht das dann ein bisschen besser. Hm, naja, das ist natürlich jetzt, ähm, so, sag doch mal was, vielleicht geht's jetzt besser, die Zuhörer hören dich nicht, wenn du zu leise bist. Ja, also ich höre eigentlich alles hier, nur ein bisschen zeitverletzt. Aha, gut. So, jetzt müsste es aber gehen. Ja. Ich sage, wenn die mich wieder wegschicken und mir nicht die Abgabe quittieren, was mache ich ihnen dann? Naja, du musst mit Zeugen hin. Besetzt haben sie alle, die ein Puzzle abgeben können. Also das, äh, die haben sie letztlich angenommen. Ansonsten muss man dann Landrat verlangen. Dann geht's nicht anders. Dann muss sie dann Beschwerde machen. Weil, äh, die Behörde ist nach dem Gesetz verpflichtet, äh, Ausweise mit unrichtigen Angaben von Amts wegen einzuziehen. Und es reicht zu, wenn du die unrichtigen Angaben, vor allen Dingen zur Staatsangehörigkeit, einfach, äh, Bemenge ist. Und dann sollte das auch klappen. Ja, ich habe mir so eine Vollauskunft geholt und das Erste, was ich da nun gesehen habe, Geburt, Land, da steht gar nichts drin. Also muss ich ja quasi vom Himmel liefern sein. Ja, ich kann dir nur die Sachen, also, um Ausweis nach dem Personalausweisgesetz, äh, ist um Name statt Familienname. Die Staatsangehörigkeit stimmt, ne? Es ist ein religiöses Bekenntnissymbol. Du bist auch kein Personal, ja? Und die Personalausweispflicht, das steht im Personalausweisgesetz drin, wird durch den Reisepass erfüllt. Reisepass brauchst du, weil das der Passierschein, der Urlaubsschein der Besatzungszone ist. Und den Ausweis machen sie mit dir Rombazamba. Und wenn du bewusstlos bist, bist du ganz schnell dein inneren Organ gelöst. Ja, gut, ich glaube, ich glaube, jetzt, wenn ich das noch mit der Haare-Land-Siegsordnung dann noch mit da dranhefte und vielleicht, weiß ich ja nicht, muss ich dann auch noch meine, meine Abstammungsurkunden vielleicht mit abgeben, dass sie mir dann irgendwas einfragen können dort. Ja, hm. Ja, also, du trägst das so vor, so wie das auf dem Schreiben ist. Also, bis jetzt haben es alle abgeben können. Also, meistens sind das nur die Bedenken vorneweg, aber es gibt derzeit keine Probleme bei der Abgabe. Ansonsten beim Innenministeriumbeschweren des Landes, dann funktioniert das. Die sind verpflichtet, den zurückzunehmen. Die wissen auch, dass dieser Ausweisung nicht ist. Und kommen Sie dann auch perfekt dabei raus? Fragen Sie mir irgendwas anderes. Einen Pass? Nö, den Pass einfach abgeben und der Reisepass, da kann erst mal so bleiben. Die Wahlkommission, wenn sie dann gegründet ist, kann dann hinten Einträge machen. Ja, gut, bin ich jetzt wirklich nicht weiter. Ja, ich danke dir trotzdem. Na gut, alles klar. Na dann. Alles klar. Macht's gut. Ja, macht's gut. Tschüss. Ja, ähm, was soll man dazu sagen? Das war jetzt nur ein Versuch, ob es eventuell besser geht. Ich hoffe mal, ihr versteht mich trotzdem noch. Geht. Na dann, warten wir mal, bis zum nächsten anruft. Ich hoffe mal, da klingelt es nicht so brutal wie das andere. Ja, hallo, kaiserrundfunk.com, hallo. Live-Sendung? Ja, Manuela hier. Hallo. Ja, dann bist du schon auf Sendung. Das kommt mit Verzögerung im Lautsprecher an. Ja, du bist schon auf Sendung. Ja, äh, ja, ist doch ein bisschen merkwürdig. Ja, und zwar, ich bin ja neu hier bei euch und, äh, jetzt hatte ich mal letztens die Sendung gehört. Ähm, und da ging es dann um diese Bewilligungs-, äh, Willenserklärung, dass man kein EU-Bürger sein möchte. Genau. Und die wollten ja letztens die ja schon mal der Gemeinde abgeben. Mhm. Also, wer die Gemeinde nimmt es an und die wissen von nichts. Und, ähm, auch das Ausländeramt weiht sich auch. Wo, wo kann man das abgeben? Äh, in der A11, äh, in dem Schreiben zur Abgabe des Passos ist die Abgabe, also die Erklärung, dass man Nicht-EU-Bürger werden ist, schon drin. Ja. Also, da muss man nicht mehr extra machen. Äh, manche hatten es aber schon abgegeben und wollten nochmal nachlegen, hab ich gesagt, das kann auch jeder formlos einreichen. Äh, wenn sie es nicht annehmen, dann einfach faxen. Ja, der Faxeingang ist wie ein normales Schreiben, ist rechtswirksam und dann ganz normal mit der normalen Poste nachher schicken. Sollte also keine Probleme geben. Also bei der Gemeinde auch dann praktisch. Genau. Also das ist nicht wahr das Problem. Wir suchen was auf jeden Weg nochmal, weil wir wollten das persönlich abgeben mit einer Empfangsbestätigung, aber alles weigert sich. Ja, ähm, ich werde beim Innenminister machen, äh, dann sollte das funktionieren. Also es kann niemand gezwungen werden, eine EU-Bürger zu werden. Das steht ganz klar im Gesetz drin. Und da hat man wohl zehn Jahre Zeit, das zu erklären. Gut, ich, äh, versuche es nochmal. Besten Dank, Kerstin. Und schönen Abend noch. Gut, ja, mhm, tschüss. Ja, also, es wird versucht, hier uns alle zu EU-Bürgern zu machen. Der EU-Bürger ist Bankeigentum. Lass mal so, äh, ja, also die EU ist ja nur ein... Nee. A-11 R-11 heißt das. Also Richard-11 Ja, gut. Da habe ich nur so ein super Nieren-Mikrofon, aber ich kann es gar nicht richtig nutzen. Äh, gut. Ja. Was gibt es noch Neues? Ähm, R-11, genau. Ähm, ich hatte jetzt die Gelegenheit mal mit diesem Drohnen-Folger zu sprechen. Das ist ja ein interessanter Mensch, der viel, eine bewegte Vergangenheit hat. Und, ähm, ja, genau. Und, ähm, ja, also ich denke mal, sieht ganz gut aus. Er ist auch der Meinung, dass der Adel, so wie er bis jetzt rumstolziert ist, äh, nicht geeignet wäre, eine direkte Monarchie zu führen. Die sind viel zu sehr vom System abhängig und, ähm, ja, haben das Volk 100 Jahre verraten. Nach ihren eigenen Regeln der Regentschaft würden sie auch wegen Hofverrat, äh, das Vermögen eingezogen kriegen. Also, die kommen da sehr gut weg, wenn sie noch ein bisschen repräsentieren dürfen. Wie gesagt, die Regeln haben die selber gemacht, Regeln der Regentschaft. Und in jedem Falle muss ja, weil die Leute in BRD und DDR nun mal an Wahlen teilgenommen haben, ein entsprechendes Referendum gemacht werden, dass es in Zukunft anders wird. Ja. Und so lange gilt eben, dass das Parteikonstrukt sich da immer wieder vorne heranschiebt und irgendwas bestimmen will. Aber das ist ähnlich wie in der Ukraine. Na, wenn das Referendum über der Krim gelaufen ist, dann ist es halt gelaufen. Und das müsst ihr auch akzeptieren. Wer genau mitgekriegt hat, gab wohl in den, so den 8., 8., so 6. bis 8. August, also 6. bis 8. August, Grenzprovokationen auf der Krim. Das ist wohl ein FSB-Angehöriger und einer von der Armee getötet worden. Also man hat dann versucht, dort einen Kriegsgrund zu legen. Also ähnlich wie beim Ersten Weltkrieg. Aber Russland ist nicht drauf eingestiegen. Die haben das also weggefangen, haben die ganzen Beteiligten dort behaftet. Ich finde, man hat aus dem Ersten Weltkrieg was gelernt. Damals haben sie ja bei dem Schuss auf das Kronprinzenpaar den Ersten Weltkrieg losgetreten. Aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht ganz folgenlos bleiben wird und dass sich Russland mit der Ukrainer noch mal besonders beschäftigt. Ne, um Vizek geht es ja nicht. Es ist nicht das Königreich Deutschland. Vizek will ein eigenes Ding gehen. Hat sicherlich auch was für, aber hat mit der königlichen kaiserlichen Linie, auch mit dem Verwesern so nichts zu tun. Er möchte gerne ein, sagen wir mal, religiöser Führer sein. Und er hat sicherlich auch gute Ansätze. Aber, hm, müssen wir gucken. Also, wenn es hier Störer gibt, sagt nur das bitte in den Chat oder ruft an. Dann müssen wir mal jemanden rauskekeln. Ansonsten gibt es hier keine Zensur. Jeder kann das sagen. Es sollte aber hilflich und vernünftig sein. Und dann geht es auch um die Bühne. Das ist nicht wie bei anderen Radios oder irgendwelchen, wo dann irgendwie reinreguliert wird. Wollen wir nicht. Er wisst ja selber, dass die Begida und auch die Legida das Mikrofon zensieren. Habt ihr bestimmt selber schon mal mitgekriegt, dass ihr dort irgendwas vortragen wollt. Was es Richtung Staatsangehörigkeit geht, das wird einfach unterbunden. Ja, den, weil ja gerade einer schreibt, den Erlass vom Papst, kenne ich, hat anscheinend nichts bewirkt. Also, die tun alle so, als wäre das nicht so. Jo, dann ruft du nix an. Kaiserrundfunk.com, hallo, Live-Sendung. Ja, hallo. Ja, du bist gerne zum Uwe. Ja, du bist schon verbunden, du bist live drauf. Wie bitte? Du bist live auf Sendung. Hallo. Ja, ich habe Sendung, ja, ich habe da ein paar Fragen. Ja, mach. Es kommt, es kommt erst 30 Sekunden später in deinem Lautsprecher. Das ist so, das hängt mit YouTube zusammen. Die Zeichen unter UV-Licht unter dem neuen Ausweis sind nicht die Zeichen, wie er sagt, richtige Zeichen, ich sehe da keine. Mit dem Geldscheimpriefer. Mit dem Geldscheimpriefer. Die nächste Frage, die R12, wann ist die jetzt aktuell oder ist die noch zum Korrekturschreiben? Die ist noch, die ist noch. Die zweite Frage, wo ist nächstes Treffen in Sachsen? Gut, ich hatte jetzt keine Gelegenheit zu antworten. Also die erste Frage ging nach den Logos mit der UV-Sache. Also Geldscheimpriefer funktionieren, die das Ding einfach drunter legen, sieht man es. Es gibt auch bei YouTube eine Anleitung, wie man jedes Smartphone überreden kann, als UV-Kamera zu arbeiten. Das geht mit drei oder vier Klebebändern, einen schwarzen und einen blauen Edding. Guckt euch einfach mal das Video an. Da kann man also unter schwarzlicht, das Ding sich ansehen. Ist die billigste Lösung. Was haben wir noch? Eine alte HQL-Lampe, also da gab es ja früher die Straßenlampen, die hat ja so einen Leuchtschirm, also einen weißen. Wenn man den zerbricht, ist die interne Lampe eine UV-Lampe, sehr harte Strahlung. Damit kann man auch Untersuchungen machen. Aber wie gesagt, das sind dem Techniker vorbehalten, ist nicht für die Allgemeinheit, weil die Drähte, die außen liegen, Strom führen. Also das ist was für ein Elektriker. Aber so haben wir früher UV-Licht erzeugt. So, jetzt haben wir noch Treffen. Also ich weiß jetzt nur von Sachsen-Vision. Ich habe auch mit der Sachsen-Vision momentan ein Problem. Die scheint sich auch nicht dazu zu äußern, dass sie jetzt Dokumente rumschicken vom gelben Schein. Das ruft mich natürlich auf den Plan, weil ich das nicht möchte. Ja, weil den gelben Schein kriegt man nicht wieder los. Also einige Landräte haben jetzt inzwischen schon so viel Mut, dass sie den Leuten umfassend erklären, dass sie den besser nicht beantragen, weil sie dann die falsche Staatsangehörigkeit kriegen. Und in einigen Landkreisen wird das auch nicht mehr ausgestellt. Bist du noch dran? Ja, ja, ich höre dich. Ja, also gelber Schein ist nicht mein Sinn. Deswegen verfolge ich ja eigentlich jetzt eine Strategie, die ich jetzt bei den einjährigen Recherchen, die ich jetzt zu dem Thema habe, ja doch doch reeller finde auch nachvollziehbar. Und jetzt meine Frage noch die dritte, die R12. Wann kann man die verwenden oder ist die noch in Arbeit? Nee, es geht erst mal es geht erst mal weiter, die R11 zu verwenden. Die greift auch und viele Behörden haben also schon zurücksignalisiert, dass sie zwar Handlungsbedarf sehen, aber es die gesetzliche Grundlage ihres Handelns derzeit noch nicht gibt. Das möchte ich mal glatt bestreiten, weil die gesetzliche Grundlage ist vom Kaiser und die ist auch gültig und darf die Bundesrepublik auch nicht aufheben. Und danach haben sie zu verfahren. Dass sie eigene Gesetze machen und dann sich nicht mal an die halten, das ist ja nicht unser Problem. Also die gesetzliche Grundlage ist da. Ja, das ist ja eben. Aber in der R11 muss ich dir noch sagen, da ist ein paar Rechtschreibfehler drin. Ja, aber... Gut, kann man jetzt nicht mehr ändern, weil es kein Office-Paket ist. Eine PDF müsste man also nicht mehr schreiben. Naja, wir sind da noch dran. Aber wir haben... Kann ich jetzt, weil ich zu einigen Sachen nicht wirklich direkt Stellung nehmen möchte in der R11, wäre das sinnvoll, dort diese Sachen rauszunehmen? Naja, wir wollen ja die R11 noch überarbeiten. Wie gesagt, ich hatte jetzt eine Veranstaltung an der anderen und hatte jetzt nicht die Gelegenheit, das jetzt bis ins Letzte nochmal drüber zu gucken. Aber ich möchte natürlich zeitnah jetzt die R12 noch nachziehen. Ich habe also jetzt Ende des Monats mal ein paar Dacher Luft, um da wirklich nochmal das nachzuarbeiten. Hallo. Ja, ich höre dich. Hallo. Jetzt, ja, es bricht immer irgendwie zusammen. Wir sind Störer am Berge. Hm, ja, gut. Die haben alles in der Hand, glück mir. Ja, ne gut, ich höre dich. Ja, es ist ja auch eine Funkstrecke noch drin. Wir haben ja, das geht ja vom Telefon über Handy-Adapter dann über Mobilfunk raus. Ja, noch eine andere Frage, wie kann ich dir was spenden, damit das weitergeht bei dir? Ja, wir haben ja im Vor-Sendung gesehen, du musst ein bisschen bessere Technik haben. Ja, naja, also wir haben im Pressum im Kaiserrundfunk.com, dort kann man das mit Einwurf einschreiben oder mit DHL-Paket hinschicken. Bitte kein Übergabe einschreiben, weil ich nicht immer da bin und die nicht immer entgegennehmen kann. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand da irgendwas unterschreibt. in der Richtung bemerkbar machen und sehe mal zu, dass es doch ein bisschen besser wird bei euch. Ja, also wie gesagt, das ist der offizielle Weg. Wie das nun mit der Sachsenvision weitergeht wegen dem Treffen, deine dritte Frage, kann ich ja momentan nicht beantworten. Die offizielle Statement vom, ach, wie heißt er denn, der hat die Sachsenvision beantwortet, von Heinzberg ist da hier da. Ich komme jetzt nicht auf seinen Namen. Also ich habe eine angerufen, was das soll mit dem Zeug. Da war aber nur der Anrufbeantworter dran. Ich hoffe mal, dass er sich die Sache noch annimmt. Wir finden das alles sehr schade und wir würden dann die Connection abbrechen, wenn die wirklich gelben Scheine und kalte Gründungen machen. Also dann ist ja der Riemen runter, dann müssen wir uns eigene, also wie es früher war, bei Schwerter zur Fluchschau ein eigenes Stammtisch organisieren. Das sollte auch noch möglich sein. Richtig, das war das wahre, aber das... Naja, ist ja kein Problem, können wir ja machen. Also wie der blaue Himmel, die haben ja auch jetzt sich ausgegründet aus dem offiziellen blauen Himmel, weil der offizielle blaue Himmel wohl doch nicht alles so eins zu eins übernehmen will, was da an Kritik gibt, weil sie eben so systemkonform sein wollen. Aber die Kennennutzer lassen sich eben da nicht reinreden und das finde ich auch richtig so. Deswegen hessen die jetzt Azure blauer Himmel. ja, und das andere haben sie einfach so sterben lassen. Ja, also das ist auch eine Möglichkeit. Gut, also ich werde im September noch zwei Stammtische machen, da nehme ich mir dann Zeit, wird irgendwann in der Woche sein, weil am Wochenende sind wir auch im Bau. So, also die Montage und die Dienstagnachmittage stehen sie in Verfügung, weil abends haben wir ja Sendung. So, also Montag und Dienstag wäre möglich. Die anderen Tage sind durch Baumaßnahmen belegt. Da haben wir momentan viel Baubedarf. Gucke ich immer wieder bei dir rein, Termine schreibst dir dann ins Netz. Genau, ja, bei Kaiserrundfunk komm im Veranstaltungskalender. Da müsste als nächstes dann, also nach dieser Sendung dann die nächste Live-Sendung stehen. Das Gruß-Event, was wir 26. bis 28. angeplant haben, das haben wir vererschoben und zwar aus sanitären Gründen, weil dort vor Ort es wohl doch Probleme gibt mit der sanitären Anlage und würde auch zu klein sein, weil die Fläche, wo wir dort drauf wollen, da ist momentan der Mais drauf und das ist verpachtet worden und wir wissen nicht, wann das hier geerntet wird. Das ist alles sehr unschön. Da wird man dann für das Gruß-Event dann eventuell mal noch eine andere Location organisieren. Also das haben wir vertagt auf nächstes Jahr, wenn wir bei den ersten Verweserwahlen Erfolge erzielt haben. Dann können wir auch Erfolge feiern. So, da müssen wir uns dann rechtzeitig kümmern und hier in der Nähe gibt es auch dann Orte, wo wir es machen können, wo mehr Platz ist und so weiter. Also da ist schon was vorgeplant. Gut, das war das. Hast du noch auch eine Frage? Gut, Jure, ich danke dir für die Infos und ich schaue mal, was machbar ist und du wirst auf jeden Fall von mir noch hören. Ja, klar. Ja, alles klar. Mach's gut. Tschüss. Ja, also die Stammtischarbeit, ja, bloß, ich würde gerne auch Leute haben, wollen, die die Stammtischarbeit vorbereiten, weil das kann ich dann nicht extra noch machen. Also meine Zeitbahn gäbe das nicht her. Ich würde das gerne delegieren und dann im Rhein-Drobin-Verfahren an jedem Stammtisch einmal im Monat versuchen zu besuchen. Ich denke, dass das geht. Aber das braucht natürlich mehr Vorbereitung. Also da brauchen wir hier Helfer. Ich würde mal sagen, für Sachsen zehn Leute für eine Stammtisch-Vorbereitung wäre schon optimal. Das ist so das, was wir immer im Leitungsteam waren in Sachsen. Also Schörter zur Fluchschirm. Geht. Übrigens wollte ich bloß noch bekannt geben, weil sich viele fragen, warum ich denn nicht antworte. Also ich habe jetzt an einem Tag zwischen zweieinhalbtausend und fünftausend Spemmails. Das ist eine italienische Firma, die unter anderem auch mit der Kahane-Stiftung zusammenhängt und die die Postfächer alle abscannen und sinnloses Zeug reinposten. Immer der gleiche Text. Sodass man dann ziemliche Mühe hat, das loszuwehren. Es gibt in Italien so eine Taskforce-Firma, die elektronische Kriegsführung macht und die sind momentan zu Gange und stoppen uns die Postfächer voll. Aus diesem Grund haben wir eine Mailing-Liste eingerichtet und zwar für die Verweserwahl und die lautet verweserwahl at verweserwahl.com Und dort an diese Liste kann man sich eintragen und die wird moderiert und dann hat dort Spemm keine Chance, weil einfach der Spemmer nur einmal spammt und dann außer der wird. So, das dazu. Also, die ich schreibe es mal rein verweserwahl at verweserwahl .com äh, schreibt nicht. Muss ich es ja nochmal machen. Nochmal. verweserwahl at verweserwahl .com Ach, das At geht wieder nicht, ja nochmal löschen. So, müsst ihr jetzt erscheinen. Kaiserholz.com Live-Sendung, hallo. Hallo, Uwe. Ja, hallo. Ich bin leider ein bisschen später gekommen. Das Honigmann, ich habe es im Chat schon geschrieben. Honigmann, die Proklamationen, das hast du bestimmt auch mitbekommen. Habt ihr darüber schon gesprochen? Ne, ich habe es ja noch gar nicht gelesen. Was von der Proklamation? Die meisten Proklamationen worden, dann haben sie sich nachher wieder als Firmenkonstrukt herausgestellt. Von der neuen weiß ich jetzt nichts. Meiner Ansicht nach muss man nichts proklamieren, wir müssen einfach nur eine Verwässerwahl machen. Ja, also Frau Honigmann, wann war das? Das kann ich dir gleich sagen. Wir haben das ganz groß hier bei den... Ja, aber was willst du dann proklamieren? Gegenüber wem denn? Die BAD ist nur eine Verwaltung. Wir haben jetzt einen König. Ja, das habe ich ja gedacht, du hättest es dir auch schon angeguckt und könntest dazu vielleicht was sagen, weil ich denke, das ist eine reine Lachnummer eigentlich, was da gebracht. Aber das Dumme daran ist halt, dass der Honigmann richtig, richtig Hoffnung in die ganze Sache reinsetzt. Ja, aber wir haben es doch nicht schon erklärt. Das ist das Traurige daran. Ja, also nochmal, eine Monarchie ist handlungsfähig, wenn der Monarch handlungsfähig ist. Hört ich gerade gar nicht mehr. Nochmal, also eine Monarchie ist handlungsfähig, wenn der Monarch handlungsfähig ist. Ja, und dann vor allem haben sie zum Schluss das mit dem Siegel. Da haut er ein Siegel drauf, wo nur die Hälfte sichtbar drauf ist. Ach, da habe ich einfach nur lachen müssen. Egal. Also Siegel muss staatlich sein. Ja. Dann hier noch zu der ganzen Sache für Weserwahl. Baden-Württemberg, Stammtisch. Kannst du das vielleicht heute irgendwann mal in den Chat, wo man da Kontakte haben kann? Weil wir würden die ja gerne Arbeit abnehmen. Wir können da bestimmt schon ein Haufen Arbeit abnehmen. Du hast uns da sehr viele Infos gegeben über die ganze Zeit. Nur die Vernetzerei, das ist ein Riesenproblem. Ich glaube, hier sind sehr, sehr viele Einzelkämpfer bei uns im Süden. Genau. So viele Einzelkämpfer unterwegs. Genau. Und aus diesem Grund gibt es jetzt eine Mailing-Liste, verweserwahl.com. Dort dürfen rein. Alle Stammtischtermine, alle Leute, die irgendwelche Vernetzungen suchen, darf dort gemacht werden. Aber bitte keine 0815 Newsletter gepostet. Da, die Kiel ist raus. So. Und die Verweserwahl... Das ist ein Riesenproblem. Ne, ist kein Problem mehr. Haben wir jetzt gelöst. Also die E-Mail-Adresse ist ab morgen benutzbar. Heute noch nicht. Ab morgen. Weil ich die heute Nacht erst noch... Ich habe ja einen Brief an meinen Landrat geschrieben, von wegen hier, weil der inaktiv oder bei mir steht das ja nicht drin. Das gibt es ja anscheinend nicht. Ob ich aktiv oder inaktiv bin, das wollte ich mir ja von ihm bestätigen lassen. Ja. Und das macht er nicht. Also ich kriege keine Rückmeldung, gar nichts. Und ich kann dort anrufen. Ich lasse die verleugnen. Also er schweigt sich da einfach aus. Ja. Also wir haben inzwischen eine Rückmeldung. Ein Bekannter von mir hat mir das auch schon zugeschickt. Ich wollte es auch schon in Facebook posten. Ich hatte aber leider keine Möglichkeit, vom Handy aus irgendwas hochzuladen. Das geht irgendwie bei mir nicht. Das muss ich vom PC aus machen. Da hatte ich heute erst die Gelegenheit, mal wieder PC am Netzwerk... wieder mal weg beim Telefon. Ja, es ist halt Mobilfunk. Also nochmal, ich habe ein Schreiben, wonach erklärt wird, dass der Personalstatus angeblich nur ein Kennzeichen dafür sei, welche Gemeinde zuständig wäre, wenn irgendwas an die Person, in Anführungsstrichen, zugestellt werden müsse. So. Nun ist es natürlich eine Frage, da dürfen die das ohne deine Zustimmung. Weil sie sind halt nur eine Firma und kein Staat. Und eine Firma kann auch nicht einfach dir zustellen. Also zum Beispiel die Fahrbar. Die Firma Fahrbar, das ist die, die regelmäßig irgendwelche sinnlose Lotto-Werbesachen bei mir einwirft. Dann habe ich jetzt ein Abmauernschreiben geschickt. Wenn noch so ein Scheißding kommt, gibt es von mir eine anwaltliche Abmauernung. Und dann haben sie mir erklären wollen, dass sie eine öffentlich-rechtliche Anstalt sind und dass sie das dann dürfen. Und dann noch klar stehen, dass sie keine sind. Na gut. Da muss ich auch lachen. Ja, ich habe jetzt meinen Bürgermeister soweit, dass ich schon sehr anders mit ihm reden kann. Mittlerweile bin ich bei ihm kein Reichsbürger mehr. Er ist jetzt auch ein bisschen selber ein bisschen wach geworden. Ja, jetzt fehlt nur noch ein bisschen so eine kleine Schubser. Wie gesagt, deswegen würde ich gerne mich hier vernetzen. Aber ich würde mich bedanken. Ich habe jetzt mal alles, was ich sagen wollte. Der Hauptrecht ist mit dem Honigmann. Hat mich heute interessiert, was da deine Meinung ist. Ja, also ich lese den Honigmann ab und zu mit. Aber es gibt leider das Problem, beim Honigmann er pustet eben alles. Und nicht nur Sachen, wo man sagen kann, dass es alles gründlich recherchiert, sondern auch viel Mist. Ich erinnere an die Zeiten. Wie hieß er denn? Nussknacker. Ja, hat er dann auch. Ja, ihr seid jetzt alle frei und wir haben es endlich durch. Und am Ende stellt sich alles nur Aufregung und Betrug. Schuss in den Jusener Stall. Alle Hühner springen hoch und lassen alles stehen und liegen. Am Ende einfach nur das System spielt mit uns und ärgert uns. Und da müssen wir einfach dem System mal den Stecker ziehen mit einer Verweserwahl. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Weil machen wir den Aufstand, kommen die mit besseren Waffen und das ist das Ärgerliche. Und die einzige Möglichkeit ist das Referendum, also Modus Grimm. Ja, also bei mir ist es jetzt so, dass ich auch schon kleinere Vorträge halte. Das hat angefangen in der Schule. Also ich hatte da ein paar Schulkameraden. Ich mache da gerade eine Umschulung. Den habe ich dann über angefangen, über die Kriegspost die neugierig zu machen. Und es hat sich ausgeweitet und es hat mir einer angeboten, dass man da immer, man kann vor dir, er besorgt mir die Leute und alles und Ordentlichkeiten und ich soll bloß reden. Das habe ich jetzt zwei, dreimal gemacht. Jetzt ist mir nur aufgefallen, dass ich anscheinend schon hier vom Verfassungsschutz ein bisschen bequickt werde. So kommt es mir zumindest vor. Wenn immer wieder der gleiche kommt, ja, zum Vortrag und alles. Mein Telefon glaube ich auch, dass das nicht mehr ganz passt. Und ich habe ab und zu hier, ich bin ja, das ist ein ganz kleiner Ort, wo ich bin, hier steht ein Auto, das hier einfach nicht hingehört. Also es ist gar nicht, ich finde es, dass du das alles so unbehelligt machen kannst, was du da suchst. Naja gut, ich sage mal, man kann nicht hinter jedem Astloch einen Teufel vermuten. Also da könnte ich nicht mehr arbeiten, wenn ich da wirklich ja jeden, der ja auch vor dem Haus rumlungert, erstmal erkennungsdienstlich behandeln würde, das kann ich mir nicht leisten. Das, was ich mache, ist gedeckt durch den Beschluss des Bundestages, dass wir uns einen gesetzlichen Gesetzgeber wählen dürfen und damit lasse ich die wegtreten. Okay. Du bist gerade wieder weg. Ich bedanke mich mal. Schönen Abend. Bis demnächst wieder. Gut, er lässt da, ne? Tschüss. Ja, lässt sich leider nicht machen, aber das Gespräch ist ja hier aufgezeichnet, kann also hinterher da angesehen werden. Jo, was haben wir noch? So. Ja, also, ich bin nochmal angeschrieben worden, ähm, ich soll nochmal Wissensabgleich machen. Da habe ich mir gesagt, müsste ich mal Ende August nochmal einen Termin vereinbaren mit den Leuten, den Wissensträgern. Äh, würde ich aber klein halten. Also, 30 Leute. Kaiserrundung.com, hallo? Hallo, ich bin's nochmal, der Michael. Ja. Andres nochmal. Hm? Ja, bist auf Sendung. Ja, genau. Ähm, hier, ich habe mir jetzt, ähm, jetzt vor kurzem jetzt noch einen Pass noch geholt, also einen Reisepass eben halt. Und, ähm, ich habe jetzt eben halt nochmal versucht, mit ein paar Leuten eben halt über dieses Thema eben halt zu sprechen eben halt bei mir auf Arbeit, aber ich konnte eben halt nicht durch eben halt. Ähm, naja, jetzt stehe ich eben halt so ziemlich alleine da mit meinem Bruder eben halt. Hm, hm. Ja, also, wir müssen sehen, dass wir in Sachsen, also in den drei großen Städten, Chemnitz, Leipzig, Dresden, jeweils einen großen Stammtisch machen, der keine Zensur hat. Das ist also die nächste Aufgabe, die wir angehen müssen. Es geht leider nicht anders. Ähm, müssen mal gucken, wollen wir das machen? Ich bin an Leipzig. Ich wohne ja direkt in Leipzig. Ja, ja, ja. Ja, wir brauchen was, was nicht hier unterwandert wird. Und, ähm, wir machen das wieder in der altbewährten Weise, wie wir es früher auch gemacht haben, dass wir ein aktives Leitungsteam machen, die das dort vorbereiten und dass Leute, die von Auswärts kommen und einfach nur stören und, äh, ärgern wollen, einfach vor die Tür getragen werden. Ich komme auch meinen Leuten eben halt nicht durch. Also der, also mein Bruder hat ja irgendwann mal mit, mit ein paar Leuten drüben und gesprochen, was ist denn da, und da haben wir einen Arbeitsplatz. Und er wird so, äh, ich bin halt abgetan eben halt. Also, äh, da kommen wir nicht durch. Hm, hm. Es ist schade. Es ist einfach schade. Wir müssen uns doch niemand erklären. Wir müssen einfach nur eine Wahlkommission gründen und das einfach nur machen. Zettel rein, wer da nicht da ist. Ja, ich finde ja die Leute nicht. Das ist ja das Problem. Die Leute, die interessieren sich nicht oder wollen nicht. Ja, aber du musst dir doch nicht argumentieren. Du wirfst dir einen Zettel ein, dass dort eine Wahl ist. Und dass man sich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt dort Wahlunterlagen holen muss. Wer das nicht macht, ist nicht wahlberechtigt. Und dann wird es durchgewählt und es zählt. Ja, ja, es geht ja um die Gründung der Wahlkommission. Ja, na, die, 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 die Wahlkommission selber sind doch nur Größenordnung 25, 28 Leute, die sich einig wollen, ja, wir wollen in dem Gebiet was reißen. So. Die müssen niemanden fragen. Die müssen niemanden überzeugen. Ja, ne, die müssen einfach nur sagen, ich mach mit. Und das wollen wir ja über diese neue Mailing-Liste jetzt organisieren. Und die wird dann heute Nacht noch geschaltet. Also ab 0 Uhr wird sie laufen. Achso, an www.svw-sorway.com Genau. Und dort drüber kann das alles organisiert werden. Da können dann auch die, die Listen eingestellt werden, wo welcher Stammtisch ist, wer für was verantwortlich ist. Alles dort drüber. Und dann gibt es keinen Spam mehr, weil das eine moderierte Liste ist. Wartig. Ja, ja. So, und da wäre ich, da wäre ich zwei, drei Moderatoren benennen, die die Mailing-Liste aktualisieren und moderieren. Und wer dort Ärger macht, da wird rausgekegelt. Na, ich möchte, ich wollte ja gerne dir auch noch mal finanziell was dazu machen. Ja, da kannst du doch, habe ich doch noch erklärt. Machst du über Impressum, Kaserrundfunk.com und dann klappt die Sache. Na ja, ich meine, das hat man ja mal, weil es der meiste Mal über die Stammtische machen, ne? Ja, ich würde gerne noch mal kommen bei Gera Compact, ist da kein Problem. Muss man halt mal was ausmachen und dann fahrst du mal rüber noch mal. Aber es geht ja nicht zu den Veranstaltungen, wo ich schon verplant bin. Dann kann ich dort nicht weg. Na, wir müssen dann einen Termin finden, da noch nicht. Ist schon okay. Ja. Na, ich meine, wenn hier mal irgendwie in Leipzig oder was ist, ist dort nicht. Ich würde auf jeden Fall vorbeikommen. Na ja, wir machen das, wir organisieren die Termine über die Mailing-Liste, die ich gerade gesagt habe. So, die kann man dann abonnieren und dann ist die Sache okay. Okay. Gut, und dann sind sie alle auf gleichem Wissensstand und wenn neue Dokumente sind, dann wird da drinnen in der Mailing-Liste ein Link sein, wo man dann im Download-Bereich kommt, um das dann runterzuladen. Ja. So, dass jeder Ohr jedes Dokument hat, was wichtig ist. Also, das Schreiben vom Bundesoberkasper wegen HLKO und das ganze Zeug, das ist dann alles drinnen verlinkt und es wird einmal im Monat ein Digest gedruckt, also so eine Zusammenfassung, wo die ganzen neuen Erkenntnisse drinstehen und auch die ganzen Fakes aufgespießt werden. So, dann das Digest-Schreiben, das werde ich schon hinkriegen. Das ist eine Aufgabe, die immer im Monat erledigt werden muss und dann, denke ich mal, kriegen wir ja Ruhe rein in das Organisationsproblem. Ja, wie gesagt, also wenn hier irgendwie was in Leipzig ist mit der Wahlkommission hier, also ich würde auf jeden Fall mitmachen. Ja, na klar, dann schreib dich, abonniere die dann ab morgen und dann funktioniert das. Also ich richte die heute noch ein, fertig, ich habe es schon vorbereitet, muss aber noch freigeben. Dann muss die dann, wie komme ich dann da rein, einfach über... Du schreibst die dann einfach an, du schreibst an diese E-Mail-Adresse. E-Mail-Adresse dann hier eingeben dann. Genau, einfach eine ganz normale Mail schreiben und dann kommt eine Antwort zurück, wie du das abonnieren kannst. Achso, okay. Na, gut. Alles klar. Das ist your Mailmanagement. Also verweserw.com. Genau, und dort kriegst du dann die, das ist ein Autoresponder drin und dort steht drin, wie man die Mail-Ling-Diste abonnieren und wieder abgestellen kann. Ja. Also da würde ich auf jeden Fall mitmachen. Kein Problem, ne? Wenn da irgendwie was ist, ich mache da auf jeden Fall mit. Ja, alles klar, mach mal. Weil ich habe jetzt nämlich auch hier, ich habe nämlich einen Nachbarn, das ist ja so Moslem wahrscheinlich, da hat der Zeit heute Nachmittag um vier jetzt einen, was weiß ich, seine religiösen Vorstellungen hier mal ausgebreitet hier und dann fängt er an die ganze Zeit so, wie soll ich sagen, so rumzuheilen und wenn das den ganzen Tag her geht, das ist nervig. Gut, alles klar. Ja, also die Probleme klären sich jetzt über die Vernetzung, die wir jetzt ja machen wollen und dann funktioniert das schon. Alles klar? Nein, das ist, wenn du den direkt als Nachbarn hast, wenn du dann nachmittags deine Ruhe mal haben möchtest, dann hast du dann sowas noch. Na gut, okay. Also wenn du jetzt nichts weiter hast, würde ich dann erstmal den nächsten reinnehmen, weil die Leute... Ja, nö, kann man machen. Na, alles klar. Rufst ruhig nächstes Mal wieder an, aber wir wollen ja viele Anrufer hier haben. Ja, da will ich auch nicht stören. Nee, war schon okay so. Aber ich muss dann so nach 10 Minuten dann mal... Ja, ist okay. Ist okay. Na, weil wir haben viele Leute, die Fragen und immer nicht reinkommen und durchkommen und da machen wir mal die Durchgänge nicht länger als 10 Minuten. Na, gut. Alles klar. Dann tschüss. Ja, tschüss. Ja, also ist auch das, was ich letztes Mal sagte, man muss die ein bisschen kurz halten, weil es sonst einfach zu einseitig wird. So, gut. Also. Ich schätze mal, so ab Mitternacht ist die Mehlingliste dann aktiv und kann dann einfach abonniert werden. Ja, muss ich halt nochmal eine Nachtschicht machen, Leute. Ähm, mit GEZ gibt's wieder Bewegung und zwar hat wohl Richter, jetzt war Land am Amtsgericht Weiten, wenn das so war, hat er gesagt, dass die GEZ eine öffentlich-rechtliche Anstalt ist. Da könnte ich mir ein kleines Loch in der Halten, aber, hm, gucken wir mal, wie wir das zu sägen können. Das wird also die Woche passieren. Und dann wird's an der Revisionsklage gegeben gegen GEZ-Einzug. Bei mir haben sie auch schon wieder Briefe reingeschickt. Die schicke ich dann immer mit Begeisterung zurück. Äh, diesmal aber hänge ich noch ein paar Rechnungen ran, weil das Aufwand ist, zur Post gehen und das Zeug zurückgeben. Und, ähm, wenn ich denen sag, ich möchte ihren Werbeträgen nicht haben, dann haben sie sich dran zu halten. Ja, Rechnungen schreiben, äh, krieg ich hin. So, haben wir noch was. So, haben wir noch Fragen? Ich gucke gerade mal in den Chat rein. Also, Ja, weil ja gerade jemand schreibt, also eingescannte Unterschriften, Computer, die beglaubigen und Zimmer, die ihn anschreiben, das ist garantiert ein Fake. Insofern kann man eine Dienstaufsichtsbeschwerde bzw. eine Fachaufsichtsbeschwerde machen und dann müssen sie es abstellen. Sie müssen sich auch an ihre eigenen Regeln halten. Und ihre eigenen Regeln, ja, also wenn ihr Abmahnungen schreibt, bleibt bitte im Rahmen dessen, was ein Richter noch befürwortet. Das sind irgendwo zwischen 54 und 56 Euro die Stunde für Schriftsätze. Es sei denn, man ist ja Anwalt, dann kannst du 250 da drauf schreiben. So, aber sonst in der Größenordnung, das ist ein ganz normaler Tariflohn. Das, was der Aldo Klampner in der Werkstatt berechnet, darfst du auch berechnen für so einen Schriftsatz. So, darüber hinaus muss man aufpassen, dass man unter 5.000 Euro bleibt, damit das nicht schon im ersten Anlauf beim Landgericht handelt, weil im Landgericht etwas andere Regeln gelten und da habt ihr grundsätzlich schlechtere Garten. Sind zwar auch keine ordentlichen Gerichte, aber das ist Tipp. Also schreibst du 4.500 Euro drauf und dann lieber 10 solche Rechnungen. Musst du eben 10 Anlässe ausdenken und dann hast du dein Geld auch zusammen. Gasserundfunk.com, Live-Sendung, hallo? Ja, hallo. Du bist live drauf. Ich habe jetzt gerade eingeschalten. Ja, ist ein anderes Telefon, aber ist mit 20-30 Sekunden Verzögerung auf dem Bluetooth. Alles klar, okay. Versuche ich einfach zu sprechen, wenn die Unterbrechungen sind. Ich habe eine Frage. Und zwar, es wird öfter mal über staatenlos.info gesprochen. Und dann wird dann wiederum gesagt, wir wollen ja nicht in Richtung Kaiserreich und so weiter zurück, Pickelhaube und Marschmusik und so weiter, möchte ja unbedingt keiner haben. Jetzt berufen die sich aber die ganze Zeit auf die Weimarer Verfassung von 1919. Ja, die ist unglücklich. Ja, also die Weimarer Verfassung ist ungültig, weil das Putschisten gemacht haben. Und der Staat... Die 19er Verfassung ist ungültig. Die ist ungültig. Weil das ja Weimarer Republik ist. Die Weimarer Republik ist ein Handelskonstrukt. Genau ging es um die Vermarktung des Wirtschaftsstandorts. Also das heißt Sklaverei. So. Und die Hager-Landkriegsordnung gilt und die Hager-Landkriegsordnung setzt das Landesrecht des Kaiser ein. Also nicht die Weimarer Republik. Und das bleibt so lange bis zum Friedensschluss so. Deswegen versucht ja die Merkel, wenn wir eine Verweserwahl machen, eine Staatsgründung der Weimarer Republik zu machen. Und uns dann aus dem Land zu jagen. Und deswegen holt sie ja die Migranten rein. Der Unterschied zwischen Migrant und Asylant ist ja vielen nicht geläufig. Also der Asylant ist einfach nur der, der wegen politischer oder religiöser Verfolgung um Asyl bittet. Und ein Migrant übernimmt die Staatsangehörigkeit von einem, der hier im Land ist. Und da bin ich d'accord. Was mir nur aufgefallen ist in irgendeiner Sendung von vor vier Wochen ungefähr, da hat irgendjemand gesagt hier von wegen das Amt für Menschenrechte in Stade. Und die Informationen, die er dir aber gegeben hat, waren völlig falsch, sodass ich also in dem Moment halt nicht... Deine Antwort, die du da drauf gegeben hast, die konnte gar nicht dann in dem Moment richtig sein. Weil die Grundinformation, die man dir gegeben hat, wiederum völlig falsch waren. Das Amt für Menschenrechte in Stade sagt, wir arbeiten aufgrund der Genfer Konvention und der UN-Charta und wir möchten, dass wir, sind irgendwie anerkannt vom Gerichtshof für Menschenrechte, dass die vorstaatlich arbeiten können. Sodass also egal wer im Nachhinein hier in Deutschland wieder das sagen hätte, dass die auf jeden Fall davor stehen, sodass also Menschenrechte anerkannt werden würden. Das würde für mich wiederum heißen, dass es ideal wäre, wenn die mit dir, beziehungsweise mit einem Verweser, dass die beiden generell überhaupt zusammenarbeiten, wegen der Entnazifizierung. Ja, ja, also die Entnazifizierung brauchen wir nicht, weil wir die Staatsangehörigkeit, die haben wir und die kann auch die Bundesrepublik uns nicht entziehen. Die Bundesstaatenangehörigkeit. Die haben wir, aber die Bundesrepublik gibt uns die Rechtsstellung nicht. Also die behandeln uns nicht wie Bundesstaatenangehörige. Das ist auch klar. Es sei denn, du nimmst den gelben Schein. Wenn du den gelben Schein nimmst, gibst du die ab. Den gelben Schein sollen wir ja nicht haben. Genau, da gibst du deine Bundesstaatenangehörigkeit ab und nimmst den von Himmler. Wenn ich meine Staatsangehörigkeit zurückgebe, was ich noch nicht verstanden habe, inwiefern macht mir mein Arbeitgeber dann Schwierigkeiten oder wie auch immer, wie komme ich nicht, dass wir hier doch die Polizei hier stehen haben, weil wir dann, weil wir angestellt sind, hinterher keine Steuern bezahlen bräuchten. Naja, also das mit den Steuern ist, ja, also pass auf. Also die Sache mit, du müsst keine Steuern bezahlen, ist immer wieder von den gleichen Leuten, die auch gelbe Scheine und andere Irrwege beschreiten. Was passiert denn, wenn du keine Steuern bezahlst? Dann nimmst du dir das Haus weg, dann nimmst du dir das Auto weg, da tun sie dich komplett entkern. Dann kannst du dich nicht mehr bewegen. Und das ist genau das. Und die Leute, die sowas machen, die machen sich nur eine bezahltrolle. Was anderes ist es nicht. So, dass ich natürlich mein Geschäft so oft ziehe, dass ich nicht unnötig, sagen wir mal, in das System investiere, sondern den weitgehend privaten Handel mache und mich an regionalen Anbietern halte, das kann ja jeder machen. Das ist ja völlig legal. Ja, ich gehe nicht über Ausschreibungen oder irgendwas, sondern ich mache das in unseren Kreisen. Und dann funktioniert das auch. Also ist die Anmeldung über das Amt für Menschenrechte dann gut überprüft? Ja, das Amt für Menschenrechte geht es doch wieder los. Das ist doch auch wieder vereint. Das bringt uns alles nicht. Amt für Menschenrechte, das ist ja Herr Summeli, der uns ja mit der UN-Resolution beinahe reingeheizt hätte, was er mitgekriegt hat, weil die UN-Resolution nur ein Entwurf ist, der aber nie abgestimmt und auch nie bestätigt worden ist, hat nach wie vor Entwurfsstatus. Das ist also wie das Gleiche, als wenn im Stammtisch irgendjemand was aufgeschrieben hätte und dann liegt der Entwurf eben halt rum. So, mehr ist es nicht. Also bleibt uns nur der Verwesen. Ja, das ist momentan die Einzige. Und man hat uns auch schon signalisiert, dass das wohl auch greift, aber es muss ein ordentliches Referendum erzüge. Das ist richtig. Wir brauchen die Siegelrechte. Es muss dann zehn Leute für eine Wahlkommission, Referendum im Siegelgebiet gemacht werden. Und dazu müsste ich wissen, welche Fahne in Preußen bzw. Niederrhein, welche Fass war usw. usw. Die Bundesstaatenflaggen, die sind eigentlich großteil richtig im Wiki, aber man muss auch mal aufpassen, die behandeln die Flagge und das Wappen getrennt. Aber es gehört natürlich zusammen. So, bei Amazon kann man auch die richtigen bestellen, aufpassen. Es gibt dann auch die sogenannten, wie war das, in Sachsen gab es Königreich Sachsen und nochmal Fürstentum oder irgendwie Freistaatenflaggen von Sachsen. Also da muss man die Richtige wählen. Da muss man genau gucken, welche Flagge hat am 27.10.1918 gewählt. Das ist die Richtige. Da gibt es noch keine Zusammenfassung. Ich bin eine Liste, die du da irgendwie schon fertig hast, dass man generell sagen kann, dass man nicht aus Versehen auf die Falsche greift. Ja, wir müssen doch vielleicht mal eine Grafik machen und die alle mal zusammensuchen. Es geht darum, wenn ich jetzt den Personalausweis abgebe, möchte ich nichts Falsches tun. Ja, also den Personalausweis abgeben, da kann man nichts falsch machen. Das ist immer schon erstmal eine gute Idee. Aber einen Reisepass haben. Also Reisepass muss man vorneweg haben. Vorbereiten und dann... Ja, erst den Reisepass besorgen, bevor man abgibt. Ja. Nicht das Kind mit dem Bad ausschütten. Weil ohne Reisepass und ohne Passo, dann behandelt sich das System wie ein Staudenlösen. Nein, ich habe einen Reisepass noch. Das habe ich alles gemacht. Also ich habe einen Reisepass, der ist zehn Jahre gültig. Es geht darum, wegen der Abgabe des Personalausweises, dass ich auf den Personalstatus rauskomme. Naja, also das geht mit der A11 und dann wirst du einfach dort einen Reisepass vorlegen, dass du den hast. Und dann geht auch die Abgabe des Passos problemlos. Das Amt für Menschenrechte meldet einen auch ab. Kriege ich dann auch diesen Betten als Staat? Nee, das Amt für Menschenrechte brauchen wir nicht. Oder zufällig? Das Amt für Menschenrechte brauchen wir nicht, weil die teilweise noch mit der 1919er Verfassung und mit UN-Resolutionen arbeiten, die nicht gültig sind. Das ist nicht Staatenlos-Info, sondern Amt für Menschenrechte. Ja, das ist Sommeli und die arbeiten mit UN. Ja. Naja, nützt uns nicht. Also Sommeli hat auch einige Leute verheizt, indem er die losgeschickt hat mit UN-Resolutionen. Und dann haben sich die Richter die Leute zur Brust genommen. Das hat also den Leuten eher geschadet als genutzt. Viele haben sie regelmäßig weggefackelt dann auch. Ich danke dir. Viel Erfolg noch. Ja, wie gesagt. Gut, ne? Okay, bis dann. Tschüss. Ja, es ist eben leider so, dass immer Vereine entstehen und sobald man aber vom staatlichen Recht abweicht, man also dann ohne Schutz ist. Und wenn man sich auf ungültige Resolutionen beruft, geht das ganz schnell. Und das ist auch das grundlegende Thema. Und die Falltüren, die bei allen Reichskanzleien arbeiten, weil wenn man genau hinguckt, beziehen die sich auf die Grenzen vom 31.12.1937. Und da ist man auch wieder in Nordsee-Deutschland. Und damit nicht staatlich. Weil der Hitler war ja nicht staatlich. Jo, Kasselrundum.com, Live-Sendung. Hallo. Hallo, Flex. Ich habe mich schon ein paar Mal angerufen. Wenn mein Ausweis abläuft und ich ihn nicht verlängere, bin ich dann draußen? Ne. Ne, du musst kündigen. Mein Personalausweis, wenn der abläuft und ich ihn nicht verlängere. Ne, bist du nicht raus. Das ist wie bei der Post. Wenn die ihren Dienstausweis nicht verlängert haben, sind die immer noch Postangestellter. Alles klar. Prima, vielen Dank. Ach, Schmitte, Kündigung. Tschüss. Ja, also ablaufen von Fristen. Dann kriegst du ein Bußgeldverfahren, aber deswegen nicht raus. Du musst kündigen. Wie in einem ganz normalen Format. Geht. Ja, gucken wir mal rein. Denn, also, wenn die ganzen Reichskanzlereien wirklich die Souveränität von Deutschland belden, warum haben sie sich denn nicht darum gekümmert? Für die ist es doch ein leichtes, sowas wie ein Rundfunk-Sendung auf den Weg zu bringen. Selbst wenn jeder von so einer Reichskanzlei eh ein Euro geben würde, könnten wir den Sender noch dieses Jahr hinstellen. Und dann können wir sehr einfach über Astra die Leute öffklären. Dann müssen sie es einfach nur machen. Aber wenn sie es eben nicht machen und wenn sie nicht auf mich zukommen, ich kann nur mit dem arbeiten, was mir zur Verfügung steht. Und da tun wir sehr weise und mit sehr wenig Aufwand versuchen, die Technik zu organisieren. Habe ich jetzt heute wieder was bestellen können, weil heute wieder mal eine Spende einging. Ja, ich kann halt noch posten. Aber wir backen kleine Brötchen, so lange wie wir nur kleine Eingänge haben. Das ist das Hauptproblem. So, eine Sendestudio hinstellen ist kein Problem, wenn die entsprechend Mittel fließen. Und die Mittel fließen, wenn jeder von den Selbstverwaltern und Rechtskanzleien sich einfach mal einen Ruck geben würde und wenigstens mal ein paar Euro auf den Tisch hauen. Dann ist das überhaupt kein Problem. Dann können wir das im Herbst noch anschalten, das Ding. Also heutzutage kriegt man, wenn man ordentlich Geld bezahlt, so eine Satellitenanbindung innerhalb von vier Stunden gestellt. Also das ist gar kein Problem heutzutage. Da war ja gerade die Diskussion über die Schreiben von und nach Russland. Also, Russland ist der Posteingang, die Botschaft in Berlin. Das ist der Posteingang für die Staatsanwaltschaft und auch für die ganzen Sachen, die ihn da so bewegen. Also, der Posteingang des Besatzers sind die Botschafter. Und zwar darf dort in Deutsch geschrieben werden. Wenn du nach Russland schreibst, musst du in russischer Sprache, in Amtssprache schreiben. Das ist das Problem. So, und der Botschafter ist von Putin angewiesen worden, erst mal alles nach Russland zu schicken, damit die sich ein Bild machen können, was hier passiert. So, und nun ist aber folgendes. Putin hat erklärt, dass er nicht in die inneren Angelegenheiten der BRD reinregieren kann und reinregieren will. Warum sind es innere Angelegenheiten? Na, ihr habt einen Personalausweis und habt das zum Personal einer Firma gemacht. Denn die Firma ist eine NGO und die hat ihre Sorgen. Zumindest tut sie so. Dass das kein Staat ist, hat damit erstmal nichts zu tun. So, und jetzt ist die Frage. Wie kommen wir da raus? Wir kommen raus mit der Verweserwahl. Und mit diesem Mehrheitsbeschluss können wir in Russland eine Schutztruppe bestellen, die die ordentlichen Verhältnisse wiederherstellt. Kaserhundern.com, Live-Sendung, hallo. Hallo, Grüße aus Freuden. Ich habe das mal probiert mit NRS. Ich habe die per Fax hingeschickt, bin zwei Tage später hin. Es stand schon aufgeboten mit drei, vier Leuten. Die haben sich ein bisschen reingeschmuntelt und haben dann aber auch gleich alles abgewingelt. Haben gesagt, die nehmen das nicht entgegen. Die müssten das erst mal probieren, mit ihrer Rechtsabteilung zu klären. Und dann kam zwei Wochen später ein Brief. Da stand dann so sinngemäß drin, es gibt ja keinen Grund, den abzugeben. Der hat doch Gültigkeit bis so und so. Und die Sache ist dann sozusagen bei denen nicht essen. Also grundsätzlich abgeben, ungültig ist er schon, weil er... Ja, hallo. Nach dem Personalausweisgesetz ist der Ausweis ungültig, weil dort die Angaben falsch sind. Es gibt keine Staatsangehörigkeit Deutsch. Es gibt keine Namen auf dem Ding, nur einen Familiennamen. Und der Ausweis... Da habe ich aber ein Schreiben von denen, wo sie sagen, ja, das nehmen wir nicht entgegen. Was mache ich denn da jetzt? Na, faxen. Faxen und dann Frist setzen. Haben die alles da? Naja, dann Strafanzeige machen gegen den Bearbeiter. Okay, gut. Anders geht's nicht. Einen schönen Dank und weiterhin. Alles klar. Okay, tschüss. Also, die Abgabe des Passus hat hier in Sachsen relativ gut geklappt. Ich weiß aber nicht, wie es in anderen Bundesländern ist. In Sachsen ist natürlich auch mehr Bewegung in der Geschichte drin. Da lassen sich die Ämter nicht mit uns auf den Kleinkrieg ein. So, also nochmal. Reisepass braucht man, weil du sonst Opfer der Organmafia wirst. Wenn du irgendwo mal aufgegriffen wirst, kannst du weggesperrt werden, ohne dass dir jemand helfen kann. Der Reisepass ist ein Passierschein. Deswegen heißt das Pass. Dort, dass da auch die falsche Staatsangehörigkeit drin ist, das liegt einfach nur an unserer Wahlheit, weil wir keine Wahlkommission gegründet haben. Die Wahlkommission kann die Staatsangehörigkeitsangaben ja hinterher korrigieren. Und natürlich dann auch nach der Verweserwahl, wenn du das Siegelrechte hast, ordentliche Ausweise bestellen. Und die sind dann auch gültig. Dann brauchst du diesen roten Kloausweis nicht mehr. Dann können sie dann runterspielen. Ne, wir müssen zurückgeben. Das ist eigentlich nur in der Bundesrepublik. Also nicht vernichten. Da muss es zurückgegeben und ausgetragen werden. Aber erst, wenn die Verweserwahl durch ist. Ja, Sachsen. Momentan zieht es mich nach Bayern, weil ich dort mehr helfen kann. In Sachsen wissen sie eigentlich alle gut Bescheid. Und dann machen sie mit den Behörden auch nicht ganz so Ärger. Also ich kann mich leider im Seefgebiet nicht ewig ausruhen. Ich denke mal, Bayern, Thüringen, das ist die Achse, die als erstes die Sezation durchzieht. Also die Achse Bayern, Thüringen, Sachsen. Da wollen wir einfach mal die Schulter austauschen. Aber wir müssen uns bewegen. Ja, also der Astra-Zugang ist kein Problem. Es ist nur einfach eine Kostenfrage. Was du nicht machen kannst, du kannst innerhalb des Verwaltungsgebietes, der BRD, den Sender nicht machen. Aber du musst mal genau auf die Landkarte gucken, wo Deutschland liegt. Und zwar das kaiserliche Deutschland. Da hätten wir dann nämlich noch Elsers-Luthering im Angebot und wir hätten dann auch noch Ostpreußen im Angebot. Und die Sendelizenz in Ostpreußen gehört zum Sende-Ausstrahlungsgebiet des sogenannten Deutschen Reiches von 1918. Und deswegen ist auch die Ausleuchtzone vom Astra so, dass es da gar keine Probleme gibt. Müssen sie gestatten. Das Fenster 19 Grad Ost auf Astra ist hier für den deutschen Sprachraum vorgesehen. Und Ostpreußen liegt in der Kernausleuchtzone. Wer sich mal die Astra-Ausleuchtzone genau angeguckt hat, geht es an den Außengrenzen 1914 lang. So, und auch in der Ukraine kriegt man Astra. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Also es ist ganz normaler 12 Megabit Datenverbindung. Was anderes ist es nicht. Hat die EBU standardisiert, wie die Schnittstellen auszusehen haben. Und alles andere ist reiner Einkauf. Wir sind jetzt nur dazu übergegangen, nicht diese Hardware aus Mexiko zu favorisieren, sondern wir werden wahrscheinlich auf Technik von, wie hießen die, irgendeine norwegische Firma zurückgreifen. Ich habe einen Katalog auch schon da liegen. So, das sind Einschubrecks, die dann mal durchstabilisiert sind, intern, die weniger Stress machen und auch einen extra Kühlschrank brauchen. So, das werden wir dann machen. Ich komme sicherlich dann noch auf den Namen. ZDF hat das wohl auch gemacht. Die haben die auch die Sendehardware von dort. Ja, also heutzutage ist das nicht größer als ein Getränkekühlschrank, wie sie also in jeder Dönerie steht. Mehr ist es nicht. Größer ist so ein Sender heutzutage auch nicht mehr. Ja, da sind mehrere Kassetten drinne, eher noch Videodecks, dann für Bildschirm, Zeitungen, dann gibt es noch irgendwo ein Verbindungsprogramm, wo die Rechner angebunden werden, dann kommt der Modellator, dann die Sende einstübe. Und das war's. Und mehr ist da nicht dazu. Dann geht das mit 25 Watt, geht das raus. Also mehr Leistung macht dieses UDU. Nennt sich UDU. Wird statt ein LNB an eine Schlüssel geschraubt. Die Schlüssel muss mindestens 4 Meter Durchmesser ran, damit es ordentlich geht. Also bei stationären Anlagen. Also ist auch kein Problem, so eine Schlüssel zu organisieren. Das ist irgendwie da dran schrauben. Dann lässt man mal eine Firma kommen, die das einmisst. Und geben dann die Freigabe. Und dann bist du vier Stunden später zu sehen. Dann hättest du da auch gar kein Problem. Wird angemeldet wie eine ganz normale Datenleitung. Aber Sieber merkt das nicht. Na, da kriegt dann den Datenstrom und das war's. Das ist also heute alles nur noch mit Datenrate, wird das abgerechnet. Früher war das ja Bandbreite, macht man nicht mehr. Die zahlst du nur für Megabit. Deswegen brauchen wir auch sehr gute Technik. Nennt sich Transreder, statistische Transreder, die die Bildinformationen nochmal so zusammenpressen, dass es einigermaßen Verlustfragen einer hohen Qualität rausgeht. Und die, so ein Transreder liegt so zwischen 7.000 und 8.000 Euro. Also, gibt's verschiedene. Besser und sind halt und bin teurer. Ja, bin leicht erkältet. So, ähm, ob da nur der grüne oder der rote Reisebass ist hier gerade im Chat zugange. Also, ich will da mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Für einen Pass ist entscheidend die internationalen Absprachen zur Gestaltung der Pässe. Da ist vorne auf dem Pass das sogenannte Staatswappen drauf. Wenn ich den grünen angucke, ist da das Wappen der Weimarer Blick drauf. Wenn ich den roten angucke, ist das Wappen der Weimarer Blick drauf. Was der Unterschied zwischen roter und grüner ist, ist erstmal bezüglich des Staatslogos in Anführungsstrichen erstmal nicht aussichtlich. So, dass dann bei dem roten noch Europäische Union drauf steht, ist nun mal den Politikern geschuldet. Kaiserrund von Kamm, hallo. Ich bin grünen. Hallo. Uwe? Ja, Uwe, bist du? Bist schon live auf Sendung. Jo, hi, grüß dich. Ich bin es nochmal, der hat vor uns wegen dem Ausweis und du schaulich gefragt. Folgende Frage. Du hast vor uns geredet von teilweise der Linie Bayern, Thüringen, Sachsen eventuell. Bayern, der Seehofer weiß doch ganz genau, dass Bayern doch eigentlich schon die ganze Aktion selbst durchziehen könnte. Hamburg an sich ist ja schon teilsouverän. Wo liegt da eigentlich jetzt der Haken? Kannst du mir irgendwie erklären, warum die das noch nicht vollzogen haben? Naja, der Seehofer kann es erstmal nicht machen, weil er ist ja ein Parteikonstrukt. Ein Parteikonstrukt ist immer noch im Land. Er könnte aber die Vorbereitung einer Verweserwahl machen, weil das Wissen dazu müsste er inzwischen haben. Weil er will die Merkel absägen. Die Merkel erpresst ihn. Er hat ja schon ein paar Mal gesagt, wenn sie das offenlegt, was ihm jetzt über den Bundestag bekannt geworden ist, und auch über die nicht ganz legalen Aktionen, die die Merkel gemacht hat, dann will die Merkel den Seehofer wegsägen. Da hat der Seehofer, wie üblich, immer wieder die Flügel angeklappt. Das ist ein Trauerspiel, das zu zu ordnen. Also wenn man Eier hat, muss man sie halt nutzen. Also muss man sich halt hinstellen und muss sagen, wir machen das aber jetzt trotzdem. Also aus Seehofer Sicht wäre das auch das Beste, weil wenn er wirklich sein Land ordnen will und was bewegen will, kann er die Systemlinie und die BAD-Linie eh nicht fahren. Er muss es auf eine neue Grundlage stellen. Die neue Grundlage ist das Notstandsrecht von 1914. So, und da muss er Merkel nicht fragen. Und das weiß sie auch, dass Bayern und auch das Königreich Bayern eine Sonderrolle auch im Kaiserreich gespielt hat, weil die nicht alles, was die anderen Länder gemacht haben, unterschrieben haben. Die haben ja auch damals so eine Abstimmung gemacht, ja, dass dem König von Preußen da irgendwelche Rechte entzogen werden. Und da hat sich Bayern wohl auch enthalten, wenn ich noch nicht weiß. Ich muss aber erstmal durcharbeiten. Ich habe sehr viel Material gekriegt wieder, damit können wir auch neue Sendungen machen. Also, Bayern kann das für sich. Im Prinzip musst du aber innerhalb der Bundesstaaten bleiben. Und du musst auch sehen, dass nicht alles, was in Thüringen ist, zu Thüringen gehört. In Thüringen gibt es einige Provinzen, die zu Preußen gehören, die mitten in Thüringen liegen und von Thüringen komplett umschlossen werden. Ja, muss man wissen. Die müssen nämlich preußisch wählen. Und was sagst du jetzt eigentlich zur Zeit Hansestadt Hamburg, weil die haben ja eine Teil-Souveränität. Naja, Teil-Souveränität hat auch Berlin. In Berlin guckt eigentlich das Kaiserreich raus, Westbuskenner. Die Hauptstadt Berlin ist das Kaiserreich. Und die haben dort einen Regierenden-Bürgermeister. Nee, Hamburg meine ich jetzt. Hamburg ist total Fouverän. Ja, es ist aber auch nur eine kreisfreie Stadt. Auch wie jeder andere. Es gibt 51 kreisfreie Städte, die könnten alle eigene Verbesser haben. Schon lange. Und da ich ja durch den Mist da damals passiert ist, wirklich in die Bundesstaatenangehörigkeit zurückgepurzelt bin, weil die nicht gemerkt haben, was sie mir wirklich ausstellen, nämlich eine deutsche Staatsangehörigkeit, ohne dass ich sie beantragt habe. Und das kann ich rückabwickeln lassen gegen die Bundesstaatenangehörigkeit. Ja, und die Nummer will ich jetzt machen. Ich habe also jetzt die Gelegenheit, dagegen vorzugehen und zu klagen. Ich habe also heute schon ein Schreiben gekriegt, dass wir uns hier vor Gerücht finden bei der Sache. Das wollte ich ja. Ich wollte ja einen Einstieg haben. Genau. Und jede kreisfreie Stadt, auch Grüne, ist kreisfrei für sich. Unabhängig von Chemnitz. Wir könnten das hier auch machen. Das sind 7.000 Einwohner, die schon einmal Referendum gemacht haben. Da waren 92% gegen die Zwangseingemeindung. Und da könnten wir einfach nochmal ein Referendum nachziehen und Grüne wieder selbstständig machen. Und damit wäre es das. Wer genau hingeguckt hat, gibt es schon Webseite, die vorbereitet ist für den Fall, dass wir ja Referendum machen. Da habe ich bloß noch eine große Werbung gemacht dafür. Aber wir sind da schon ziemlich weit. Ja, ich danke erst einmal für die Infos. Und ich sehe schon, das ganze Volk wird hier wahrscheinlich irgendwie nächstes Jahr in Warnung kommen. Und ich hoffe, dass da ein bisschen was passiert. Ja, entscheidend ist erst einmal, wenn Legida und B-Lieder aufwacht, dann endlich mal diese Zensur fallen lässt und auf die Sache Staatsangehörigkeit und Bundesstaatenangehörigkeit einfach mal eingehen würde. Dann wären wir alle zusammen schon weiter. Schlechte Verbindung. Na, gut. Ganz schlechte Verbindung. Ja, ich kann es nicht ändern. Mach's gut, Uwe. Ja, tschüss. Gut, also die ganz schlechte Verbindung kann ich nur leider mit einem Kabel zum Festnetzanschluss beheben. Und das wird frühestens dann in 14 Tagen passieren. Also zur nächsten Live-Sendung versuche ich dort eine Festnetzverbindung hinzukriegen. Gut. So, jetzt haben wir noch 10 Minuten. Also, für Berlin gilt die Hager-Landkriegsordnung, deswegen haben sie dort einen Regierenden Bürgermeister. Der Bürgermeister, wenn er dann in der Ratte wäre, könnte schon lange Verweser sein. Aber das sind alles Parteisoldaten und solange wie die Berliner das nicht checken und dort einen eigenen parteilosen Bürgermeister wählen, ja, das ist einfach schon lange passiert. Also, wenn Berlin ein parteiloser Bürgermeister am Werk ist, war ganz schnell Schluss. Aber ich habe keine Lust, einen Spaß nach Berlin zu melden. Das ist ein Schlafschef-Dorf Nummer 1. Nein, nein. Wir machen das hier und dann passt das auf. Ja, die Wahlberechtigung war, glaube ich, halbes Jahr, wenn es so schwer ist. Also in dringenden Fällen bis drei Monate. Vier Jahre muss man doch nicht wollen. Ja, die Sendung wird dann hinterher noch geschnitten und hochgeladen. Also ich habe ja kein Problem, mir irgendwas rausschneiden zu müssen. Also nach dem zweiten Intro wurde die dann hochgeladen. So, geht, also. Was jetzt im September noch läuft, bloß mal als Veranstaltungsankündigung, wir wollen einen Computergrundkurs machen, in zwei Durchläufen. Es gibt viele Leute, die zwar einen Computer zu Hause stehen haben, aber den noch nicht so nutzen kann, dass man da wirklich das rausholt. Also Grafikbearbeitung, Tonbearbeitung, E-Mail einrichten und das ganze Zeug. Und da wollen wir einen geballten Kurs machen, vermutlich einen Sonntag im September, was man mit freier Software an dem Computer alles reißen kann. Wie man Stammtische organisiert, die Listen und so weiter. Mit Excel befassen, mit Word und so weiter. Dort wirklich mal aller Viertelstunde, oder Quatsch, aller Dreiviertelstunde ein Thema zu einer bestimmten Sache. Also Spammabwehr, sichere WordPress-Installation, zeige ich alles live. Wird im September kommen. Die Einladung bereite ich vor in den nächsten Tagen. Ich vermute mal irgendwann, Mitte September, zwei Wochenenden. Also wieder zwei Gruppen. Wir machen aber nicht mit Übernachtung, weil wir haben dort leider noch Bauzustand. Die Scheune ist aber im September noch benutztbar. Bis Ende Oktober haben wir die Nutzungsmöglichkeiten. Und wir könnten an dem einen Tag auch mit Gas heizen. Das wäre auch möglich. So, sodass wir also dort das nutzen könnten, bis Ende September, Mitte Oktober. Dann wird es dann auch wirklich frisch. Gut. Ja, wir haben da schon was vorbereitet, aber ich habe es noch nicht schneiden können. So, also Oberkotzau liegt in der Nähe von Hof. Wer das nicht weiß. Wir bauen dort im Herbst, haben wir also schon überlegt, dort noch weitere Räume aus, sodass wir dann dort sukzessive größere Schulungen machen können. Regelmäßig. Nicht nur zur Verweserwärlerei, sondern auch allgemeine Themen. Gesundheit, Öle und so weiter, so die ganzen Sachen. Wer da Interesse hat, muss sich da einfach melden. Also allgemein Interesse, weniger in die Richtung Reichsbürgerei, sondern das, was praktischen Nutzen hat. Und ein Trainingseminar werden wir auch noch machen, aber diesmal auch nicht mit Übernachtung, sondern nur am Sonnabend. Ja, also wir richten die ein, die Live-Können zeigen auch, wie es geht, aber machen dann kein Live-Trading. Jo, Kaiserrunden von Bonkomm, Live-Sendung, hallo. Ja, hallo, hier ist der Silvio Krück aus Werl. Ich hatte eben gerade im Livestream, bin ich drin gewesen, habe da gehört, was Uwe sagt. Bin mit ihm auch befreundet auf Facebook. Mir geht es darum, ich wollte ihn mal fragen, wie es aussieht. Ich bin jetzt gerade in der ganzen Geschichte von wegen dem Geo-Engineering und habe da meine Versicherungen eingeschaltet. Also ich bin jetzt mittlerweile da schon drauf und dran, dass die gesetzliche Versicherung, die weiß darüber Bescheid, die würden das bezahlen. Und dann weiß ich jetzt nicht, also ich habe eine private Unfallversicherung, das wurde jetzt zuerst abgelehnt. Und dann sagte mein Versicherungsklient, das ist gar kein Problem, das würde dann dementsprechend noch mal von uns noch mal anderweitig aufgeschrieben und denen noch mal zukommen lassen, dass eine Unfallversicherung greift. Wie kann man das am besten bewerkstelligen, wenn die jetzt schon da dran sind und mein Klient sagt, ja, man kann es versuchen, aber da sagten die so, große Hoffnung kann man einem da nicht so wirklich einräumen. Aber das ist ja Massenmord, das ist ja Mord, was die mit uns hier veranstalten. Also noch mal klick. Und dass man da irgendwo an finanzielle Möglichkeiten von so einer Versicherung denn rankommt, beziehungsweise auch gesundheitlich eine Ausleitung macht, wie kommt man da hin? Also zwei Sachen. Rein rechtlich kann das nur ein Verweser entscheiden. Hallo? Ja, ich höre dich. Rein rechtlich kann es nur ein Verweser entscheiden, denn er kann einfach die Verfügung machen, dass das die Schemte-Flieger nicht mehr drüber fliegen kann. Also das kann nur ein Verweser machen. Kann nur ein Verweser machen, weil die Frau Merkel wird alles gestatten. Das ist ein Problem. So, ausgeführt werden die Fliegereien von der Royal Society und da hängen einige zweifelhafte Organisationen, auch zionistische Vereine dahinter. Meiner Ansicht nach ist das nichts anderes wie das Sprühen mit Dipfix, nur auf Menschen und nicht auf Ungeziefer. Also da ist dann irgendwo, muss man das wirklich abwarten mit der ganzen Verweser-Wichte. Es geht einfach schneller. Bis das dann erst mal über die Bühne gegangen ist, dass man dann tätig werden kann. Ja, aber die Verweser-Wahl ist doch schnell gemacht. Wahlkommission wählen. Von wegen jetzt auch mit den Versicherungen und so. Ja, das ist alles hinterher. Die Dönekes, die hängen ja auch alle zusammen, die Versicherer. Ja. Von wegen mit der ganzen Klamotte hier, was uns da über das Geldsystem, die bekommen ja hier von den ganzen Dönekes bekommen die das Geld ja und dass man dann halt irgendwo da doch eingreift oder so. Wenn man versichert ist, hat eine Unfallversicherung, dann müsste man doch wegen Mord, vorsätzlichem Mord, müsste man die doch geltend machen können irgendwie. Aber funktioniert nicht, weil, wie gesagt, ein Verweser kann das entscheiden. Er kann einfach die Überflugrechte entziehen und wenn doch einer drüber fliegt, kann er einfach mal die Flak bestellen. Ich höre dich gar nicht mehr. Also nochmal, ein Verweser kann einfach die Überflugrechte entziehen und dann kann er einfach die Flak bestellen und das Ding vom Himmel holen. Ja, genau, sowas. Das wäre toll. Aber auf so eine Versicherung, die man jetzt hat, die man selbst abgeschlossen hat. Ja, du kannst das nur über die Gesundheitsfolgen abdrücken. Das hier halt eine Unfallversicherung, das hier halt für die körperverletzende, was hier passiert, es muss ein Moment sein, urplötzlich passiert. Mal einen Moment, ein Unfall ist es nicht. Und wenn das urplötzlich passiert, dann kann man, also von außen Einwirkungen, urplötzlich passiert steht da drauf, auf den Körper und unfreiwillig, dann tritt eine Unfallversicherung, eine private Unfallversicherung ein. Und da bin ich jetzt dran, habe das, wie gesagt, am Laufen, dass die Unfallversicherung und die gesetzliche Krankenkasse über diese Chemtrail-Klamotten und da sagten die zu mir, sie sind einer der fast der wenigen, also sie sind einer der wenigen, die darüber Bescheid wissen und sich damit richtig auseinandersetzen. Es müssten eigentlich mehrere kommen, die uns das mitteilen und dann halt dementsprechend, dass das dann halt wirklich auch Schlagzeilen macht. Also nochmal, Jetzt bin ich ja auf der Lose und Posten alleine am Kämpfen, wie man da so am besten vorgeht. Hast du da eine Idee? Also nochmal, ein Unfall ist es nicht, weil das Ereignis nicht plötzlich ist. Man könnte über die Berufsunfähigkeitsversicherung was machen, wenn man nachgewiesen kriegt, dass man jetzt auf die Partikel dort allergisch reagiert und nicht mehr leistungsfähig ist, was auch immer. Aber, wie gesagt, ich habe das schon bei einigen anderen erlebt, die wirklich berufsunfähig sind, was das für ein Kampf ist, um das dort durchzukriegen. Also da schalte ich vor schwierig und langwierig. Also wir sind mit der Verweserwahl einfach schneller. Dann können wir... Okay, also dann, ich lasse das dann einfach mal laufen, wie das so ist und bekomme von denen ja auch dann Schriftstücke darüber, wie das halt so sich darstellt. Und dann kann man dir für die Zeit, wenn die Verweserwahl dann ist, falls jetzt abgelehnt wird oder so, dass man da denn halt irgendwo noch einen Zugriff dann erst drauf macht, aber dass ich die Sachen dann halt zurückhalte, diese Schriebs, die ich dann bekomme, die schreiben und dann wäre das wohl das Ding, wie du sagst, so könnte man denn vorgehen. Erst Verweser und dann das andere. Naja, gut. Also ich denke mal, der Verweserwahl ist schneller durch, weil da haben wir nach einem Jahr ein festes Ende. Und ein Unfall wäre es, wenn du dich dem Schemdrefflieger in die Flugbahn stellst, dann wäre es ein Unfall, weil das ist dann plötzlich, aber das passiert nicht. Also es ist kein Unfall, aber möglicherweise ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung, durch die vielleicht greift. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn du beruflich durch die Schemdrefflieger so geschädigt bist, dass du nicht mehr erleichterungsfähig bist. Das wäre möglich. Also, ja gut, Uwe, dann danke ich dir recht herzlich erstmal dafür für die Hilfe hier. Dann weiß ich schon mal, wie ich mich da vor Wieser technisch da aufzustellen habe. Noch eine Frage hätte ich. Gibt es in Werl hier eigentlich einen Stammtisch? In wo? Für Werl. Also, das ist hier Werl, wo ich wohne. Ja, da hatte vorhin im Chat schon jemand geschrieben, ob das hier einen Stammtisch gibt. Ja, also meiner Ansicht noch, ne, aber du hattest im Chat eine Antwort. Du musst mal dein Chat zurückschreiben, da hat irgendjemand schon geantwortet. Ah, so, ja, ich bin gerade nur am Telefonieren und auf die Seite am Weggehen, weil das wegen der Rückkopplung und hab die Lautsprecher dann auch ausgedreht. Dann müsste ich jetzt mal in, hab ich gerade nicht geguckt, in den Chat. Wo kann das denn drinne stehen? Ein bisschen höher. Ja, alles klar, ja, hab ich. Gut, alles klar. Ganz klar, ich danke dir, Ruwe, und alles Gute, mach weiter so voll geil von dir. Ja, alles klar, mach's gut, tschüss. Mach gut, tschau. Tja, also, das wird nichts mit Unfall. Also, Berufsunfähigkeitsversicherung wäre hier eventuell möglich, aber, wie gesagt, Versicherung, wenn man da Leistung ziehen will, vor allen Dingen eben auch die, ja, die Berufsunfähigkeit abdecken, das ist ein echter Kampf. Also, das ist nicht so einfach. Einfacher ist es einfach, wenn es per Verfügung verboten wird und das dann ein Eingriff in die inneren Angelegenheiten ist und so ein Schemdrehflieger drüber fliegt und dann wird er einfach vom Himmel geholt. Wahrscheinlich erst mal mit Abfalljägern und wenn er dann reagiert, kriegt er eine blaue Bühne hinten rein. So, geht's. Ja, jetzt gibt's gerade die Diskussion mit dem König, mit dem König und Kaiser. Also, ich hab mich jetzt mit der Thematik mal befasst. Ist eine interessante Geschichte. Also nochmal, regieren darf Preußen nur der König, nicht der Kaiser. In der kaiserlichen Linie kommt der Kaiser Wilhelm II. Der war drinnen, weil die königliche Linie hatten sie den Nachkommen umgebracht, um die königliche Linie abzuschneiden. Und dem Kaiser hatte man, ja, den Kaiser Wilhelm II. diese Amtsbezeichnung nur als verliehen. Er hat er nicht durch eine Kaiserkrönung gekriegt. Der erste Kaiser, also der in Versailles gekrönt worden ist, musste aber die Rechte des Königs dafür abgeben. Und er wollte aber König bleiben, damit er Preußen regieren kann. Ziel war ja, die preußische Monarchie zu zerschlagen, weil dort immer sie die Wirtschaftskraft herkommt. Und das hat man damit erlegt. Zusätzlich hatten wir natürlich mit so einer Kaiserkrönung in Versailles die Franzosen gedemütigt und das haben die uns bis heute nicht vergessen. Das darf man alles nicht vergessen. Also, das ist schon sehr fies und langfristig eingefädelt, die ganze Geschichte. Also da, wenn der Herr Bundespräsident mal wieder irgendwo abkniet, dann soll der vielleicht mal die Sache mit Versailles nochmal überdenken. Da ist wirklich mal ein Grund, sich da mal offiziell zu entschuldigen, was der Adel da gemacht hat. So, was haben wir noch? Geht. Also mit der Proklamation würde ich dann in der nächsten Sendung was sagen, die müsste ich erst mal lesen und durcharbeiten. Wenn das das ist, was von dem Stefan kommt, von dem Ratzeburg, ja, da gibt es einige Leute, die dann hier so Zeug zuarbeiten, ob das alles so koscher ist, da gucke ich lieber zweimal hin. Also, sobald die Freistaatenverfassung oder 1919-er Weimarer Verfassung eine Rolle spielt, ist die Sache sowieso hinten runter. Und wenn wir vom Stich da abweichen, also am 27.10.1918, dann funktioniert es auch nicht, weil Kaiser Wilhelm von II., der II., hätte dann den König von Preußen einsetzen müssen. Und da er das bis zum 27.10. nicht gemacht hat, gilt es erst mal nicht. Das heißt, den König muss der Verweser einsetzen. Das habe ich ihm aber auch schon erklärt und er sieht es inzwischen auch so. Weil ein König kann sich nicht einfach am Marktplatz stellen, ich bin ja der König, sondern er muss schon ordentlich über Referendum eingesetzt sein. Dann ist es kein Problem. Und soweit ich den Stephan verstanden habe und auch verstehe, ist er schon sehr weit, auch im Wissen und will auch keine Adelsnummer durchziehen, sondern will das Land freisetzen. Das hat er also für er. Dann muss er gucken, wie er der Erfolg hat. Wesentlich verweser war. Der Verweser kann ihn dann einsetzen als Repräsentant des Staates. Aber ich denke mal, ohne Parlament funktioniert die Staatsverwaltung nicht. Das ist eine Erkenntnis, die seit Kaiser Wilhelm II. aus Gewissheit gilt, weil du einfach als Kaiser nicht rumkommst mit deinen ganzen Verwaltungen. Das schaffst du personell nicht. Der Tag hat nur 24 Stunden. So, gut. Dann würde ich sagen, wir haben es jetzt 21.05 Uhr. Ich gebe noch 10 Minuten zu, weil wir ein bisschen später angefangen hatten. Da lag ein Problem mit unserem Telefon. Dann machen wir aber Schluss, weil ich habe morgen früh eine Dienstreise und muss erst mal sehen, wie ich das alles schaffe, zeitlich. So, was haben wir noch? Ah ja, ich habe wieder Rückmeldung gekriegt, wonach jetzt massiv Grundbücher elektronisch erfasst werden und die Originale vernichtet werden. Also, wenn ihr sowas mitbekommen, notiert euch, wer da dann beteiligt wird, damit wir die dafür haftbar machen. Also, wer da irgendwas erfährt. Wichtig. Also, die versuchen, so viel wie möglich die alten Eigentumsrechte zu vernichten, damit ja keiner hier Anspruch erhebt auf das Gebiet. Der König kann ja durch aufs Gesamtgebiet Anspruch erheben, das ist klar. Dann fallen die Melderegister-Einträge, also, Quatsch, die Grundbucheinträge und die Katastereinträge nach dem Stichdorf komplett alle hinten runter. Aber das, wie gesagt. So. Gibt es noch wichtige Sachen? Telefon ist an, haben wir noch keinen Anrufer da? Aufgelegt ist. Dann ist die Frage, Grundsteuer-Motorrolle hat auch schon mit dem Katastro nichts zu tun. Das ist eine Einrichtung, wahre Blick. Gut. Dann würde ich sagen, damit wir hier keine Standpausen machen, würde ich den Chat für heute, oder die Live-Sendung, heute erstmal abschließen. Nächstes Mal gucken wir uns die Proklamation an. Eventuell habe ich auch wieder neue Dokumente bezüglich Verweserwahl. Ich habe mal jetzt den 30.08. vorgesehen. Wenn sich noch sollte was verschieben, wird das bei Kaiserrundfunk.com bekannt gegeben. Es kann sein, dass an dem Dienstag eventuell was gebaut werden muss. Müssen wir gucken. Gut. Alles klar erstmal. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht und ja, dann bis bald hier wieder auf dieser Welle. So, da wäre ich den Streamen jetzt mal beenden.